dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org es liest herr klugbeißer vor mehreren jahren lebte auf einem seiner güter der landedelmann von alten schrot und korn kirilla petrowitsch treue sein reichthum seine vornehme abstammung und seine verbindungen verliehen ihm ein großes gewicht in dem gouvernement wo sich sein gut befand von seiner ganzen umgebung verwöhnt pflegte er keiner laune seines heißblütigen gemütes und keinem einfall seines recht beschränkten geistes einen zaum anzulegen die nachbarn waren froh wenn sie seine wünsche erfüllen konnten die gouvernementsbeamten zitterten bei der bloßen erwähnung seines namens kirilla petrowitsch nahm alle zeichen der unterwürfigkeit als einen ihm zukommenden tribut auf sein ganzes haus war immer voller gäste die stets bereit waren ihm in seinem müßiggange gesellschaft zu leisten und seine geräuschvollen zuweilen auch tollen belustigungen zu teilen niemand erfrechte sich eine einladung zurückzuweisen oder versäumte es an bestimmten tagen im dorfe pokrovskoye seine aufwartung zu machen kirilla petrowitsch war ungewöhnlich gastfrei und litt trotz der ungeheuren ausdauer seiner körperkräfte an die zweimal in der woche an den folgen seiner unmäßigkeit und war jeden abend angeheitert nur wenige leibeigene mädchen entgingen den anschlägen des 50 jährigen wollischlings außerdem wohnten in einem seitenflügel seines hauses 16 dienstmädchen die sich mit denen ihrem geschlecht eigenen handarbeiten beschäftigten die fenster dieses flügels mit einem holzgitter versehen die türen immer abgeschlossen und die schlüssel befanden sich bei kirilla petrowitsch die jungen gefangenen gingen zu festgesetzten stunden unter aufsicht zweier alter frauen im garten spazieren kirilla petrowitsch verheiratete ab und zu eine von ihnen und nahm dann an ihre stelle eine neue die bauern und das hausgesinde behandelte er streng und despotisch trotzdem waren sie ihm ergeben sie waren auf den reichtum und das ansehen ihres herrn stolz und erlaubten sich ihrerseits vieles gegen ihre nachbarn da sie auf den mächtigen schutz ihres herrn rechnen durften die ständige beschäftigung treue kuraufs bestand darin dass er seine ausgedehnten besitztümer besuchte dauernd zechgelage veranstaltete und streiche verübte die er jeden tag neu erfand und denen gewöhnlich jemand von seinen neuen bekannten zum opfer fiel obwohl ihnen auch die alten bekannten nicht immer entgingen mit der einzigen ausnahme von andrei gavrilowitsch duprowski dieser duprowski ehemaliger leutnant der garde war sein nächster nachbar und besaß nur 70 leibeigene seelen treue kurauf der im verkehr mit den hochstehenden personen hochmütig war hatte vor duprowski trotz dessen bescheidenen vermögens respekt einst waren sie dienstkameraden gewesen und treue kurauf kannte aus erfahrung sein aufbrausendes wesen und die festigkeit seines charakters das denkwürdige jahr 1762 trennte sie für lange treue kurauf der mit der fürstin daschkova verheiratet war machte karriere duprowski war aber gezwungen abschied zu nehmen und sich mit den resten seines vermögens auf das ihm noch verbliebene gut zurückzuziehen als kirilla petrovich davon erfuhr bot er ihm seine hilfe an aber duprowski dankte dafür und blieb arm und unabhängig einige jahre später kam treue kurauf als general en chef außer dienst auf sein gut zurück die beiden sahen sich mit großer freude wieder von nun an waren sie jeden tag zusammen und kirilla petrovich der sonst niemand die ehre seines besuches erwies besuchte oft ohne alle förmlichkeit das bescheidene haus seines alten freundes da sie altersgenossen und vom gleichen stande waren und die gleiche erziehung genossen hatten besaßen sie eine gewisse ähnlichkeit im charakter und in den neigungen in manchen beziehungen waren auch ihre schicksale ähnlich beide hatten aus liebe geheiratet waren früh witwer geworden und jeder hatte ein kind der sohn duprowski wurde in petersburg erzogen und die tochter kirilla petrovich wuchs im elterlichen hause heran treuer kurauf pflegte zu duprowski zu sagen hör mal bruder andre gavrilowitsch wenn aus deinem volodka was rechtes wird will ich ihm meine mascha geben und wenn er auch so arm ist wie eine kirchenmaus andre gavrilowitsch schüttelte den kopf und sagte nein kirilla petrovich mein volodka ist nicht der passende mann für maria kirilowna für einen armen adeligen wie er ist es besser eine arme adelige zu heiraten und der herr in seinem hause zu sein statt der diener eines verzogenen weibes zu werden die eintracht die zwischen dem hochmütigen treue kurauf und seinem armen nachbarn herrschte erregte in allen neid und alle bewunderten die kühnheit des letzteren wenn er bei der tafel kirilla petrovich offen seine meinung äußerte ohne sich darum zu kümmern ob sie den überzeugungen des hausherrn entsprach manche versuchten es ihm gleich zu tun und die grenzen des gebührenden gehorsams zu überschreiten aber kirilla petrovich jagte ihnen an solche angst ein dass sie für immer jede lust zu solchen versuchen verloren nur dubrovski allein stand außerhalb dieses gesetzes durch einen zufall wurde aber dieses verhältnis getrübt und gestört einmal im frühherbst wollte kirilla petrovich zur jagd am tage vorher erging an die stallknechte und piköre der befehl um fünf uhr früh bereit zu sein das zelt und die küche wurden schon vorher an den ort verbracht wo kirilla petrovich zu mittag essen sollte der hausherr und seine gäste besuchten den hundezwinger wo mehr als 500 spür und windhunde behaglich und warm lebten die freigiebigkeit kirilla petrovichs in ihrer hundesprache preisend hier befand sich auch das vom stabsarzt timoschka geleitete lazarett für die krankenhunde und eine abteilung wo die hündinnen ihre jungen warfen und säugten kirilla petrovich war auf diese herrliche einrichtung stolz und ließ sich keine gelegenheit entgehen mit ihr vor seinen gästen zu prahlen von denen jeder diesen zwinger schon mindestens zwanzig mal gesehen hatte von seinen gästen umgeben und von timoschka und den ober pikören gefolgt ging er durch den zwinger und blieb hier und da vor einer hundehütte stehen um sich bald nach dem zustand der kranken zu erkundigen bald mehr oder weniger strenge oder vernünftige bemerkungen zu machen und bald die ihm bekannten hunde herbeizurufen und sich mit ihnen freundlich zu unterhalten die gäste hielten es für ihre pflicht ihr entzücken über den hundezwinger kirilla petrovichs zu äußern dubowski allein schwieg und machte ein finsteres gesicht er war leidenschaftlicher jäger aber sein vermögen erlaubte ihm sich nur zwei hetzhunde und eine windhündin zu halten darum konnte er beim anblick dieser großartigen zucht seinen neid nicht unterdrücken was blickst du so finster fragte kirilla petrovich gefällt dir mein zwinger nicht nein antwortete dubowski streng der zwinger ist herrlich ihre leute haben wohl kaum ein so gutes leben wie ihre hunde ein pikör fühlte sich beleidigt über unser leben sagte er können wir dank gott und unserem herrn nicht klagen aber für manchen edelmann wäre es gar nicht schlecht sein gut mit einer beliebigen hundehütte zu vertauschen da gäbe es mehr zu essen und er hätte es auch wärmer kirilla petrovich lachte bei der frechen bemerkung seines knechts laut auf und mit ihm lachten auch alle anderen obgleich sie fühlten dass der scherz des pikörs sich auch auf sie hätte beziehen können dubowski erbleichte sagte aber kein wort in diesem augenblick brachte man kirilla petrovich in einem körbchen einen worf neugeborener hunde er widmete sich ihnen wählte zwei von ihnen aus und ließ die übrigen ertränken andre gavrilovic verschwand indessen ohne dass es jemand bemerkte mit den gästen aus dem hundezwinger zurückgekehrt setzte sich kirilla petrovich an die abendtafel und vermisste erst jetzt dubowski seine diener sagten ihm andre gavrilovic sei nach hause gefahren treu kurow befahl ihm sofort einen boten nachzuschicken der ihn zurückbringen sollte noch nie war er ohne dubowski diesen erfahrenen und feinen kenner der hunde und den obersten richter in allen jagdstreitigkeiten auf die jagd gefahren der diener den er dubowski nachgeschickt hatte kehrte zurück und meldete als alle noch bei der tafel saßen seinem herrn andre gavrilovic hätte ihm nicht gefolgt und wolle nicht zurückkommen kirilla petrovich wie immer durch den genossenen fruchtschnaps erhitzt wurde böse und schickte den gleichen boten nochmals andre gavrilovic zu sagen daß wenn er nicht nach pokowskoje käme um da zu übernachten er treu kurow sich mit ihm für immer verzanke der diener ritt wieder davon kirilla petrovich stand von der tafel auf entließ die gäste und legte sie schlafen seine erste frage am anderen morgen war ist andre gavrilovic hier man überreichte ihm einen zu einem dreieck zusammengefalteten brief kirilla petrovich befahl seinem schreiber den brief laut vorzulesen und hörte folgendes mein gnädigster herr ich bin nicht gewillt so lange nach pokowskoje zurück zu gehören ehe sie mir den pikör paramoshka mit einer entschuldigung geschickt haben es soll dabei in meiner macht stehen ihn zu bestrafen oder ihm zu verzeihen ich habe aber nicht die absicht die späße ihrer knechte zu dulden und werde sie mir auch von ihnen nicht gefallen lassen denn ich bin kein narr sondern ein alter edelmann indessen verbleibe ich ihr ergebener diener andre dubrowski nach den damaligen anstandsbegriffen war der brief im höchsten grade verletzend kirilla petrovich wunderte sich aber nicht über den seltsamen stil sondern nur über den inhalt wie schrie treue kurow auf mit bloßen füßen aus dem bette springend ich soll ihm meine leute mit einer entschuldigung schicken was fällt ihm ein weiß er auch mit wem er es zu tun hat ich werde es ihm schon zeigen er soll wissen was es heißt gegen treue kurow auf zu begehren kirilla petrovich zog sich aber doch an und fuhr mit seinem gewöhnlichen prunk auf die jagd er hatte kein glück den ganzen tag bekamen sie nur einen einzigen hasen zu gesicht der ihnen obendrein entging das mittagessen im freien unter dem zelte war gleichfalls misslungen oder entsprach wenigstens nicht dem geschmack kirilla petrovichs der den koch verprügelte die gäste grob anfuhr und auf dem heimwege mit seiner ganzen jagdgesellschaft durch die felder dubrowskis ritt ende von kapitel 1 kapitel 2 von dubrowsky dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org es liest herr klugbeißer dubrowsky von alexander puschkin zweites kapitel es vergingen einige tage und die feindschaft zwischen den beiden nachbarn nahm nicht ab andrei gavrilowitsch dachte gar nicht daran nach pokrovskoye zurückzukehren kirilla petrovich langweilte sich aber ohne ihn und machte seinem ärger in den beleidigendsten ausdrücken luft die dank dem eifer der damaligen edelleute dubrowsky in verbesserter und vervollständigter fassung erreichten ein neuer zwischenfall vernichtete auch die letzte hoffnung auf eine versöhnung dubrowsky machte eines tages eine runde durch seinen kleinen besitz als er sich dem birkenwäldchen näherte hörte er abschläge und gleich darauf das krachen eines gefällten baumes er eilte hin und erwischte mehrere bauern aus pokrovskoye die ruhig sein holz stahlen als sie ihn sahen wollten sie davonlaufen aber dubrowsky fing mit hilfe seines kutschers zwei von ihnen ein und brachte sie gefesselt auf seinen hof auch drei feindliche pferde fielen dem sieger zu dubrowsky war außerordentlich erbost bisher hatten sich die treue kurowschen leute die sonst als diebe bekannt waren in den grenzen seines besitztums nie etwas erlaubt da sie die freundschaftlichen beziehungen zwischen den beiden besitzern kannten dubrowsky sah daß sie sich den zwischen ihnen ausgebrochenen swiss zunutze machten und entschloss sich entgegen allen vorschriften des kriegsrechts seine gefangenen mit den routen die sie selbst in seinem wäldchen gestohlen hatten zu züchtigen die pferde aber dem herrschaftlichen arbeitsvieh zuzuteilen die nachricht von diesem ereignis erreichte am gleichen tage kirilla petrovic er geriet ganz außer sich und wollte schon im ersten ausbruch des zornes mit allen seinen leibeigenen einen angriff auf kistinjofka so hieß das gut seines nachbarn unternehmen es vollkommen verwüsten und den besitzer selbst im herren hause belagern solche heldentaten wären für ihn nichts neues aber seine gedanken nahmen eine andere richtung während er mit schweren schritten im saal auf und ab ging blickte er zufällig durchs fenster und sah vor dem tore eine troika halten ein kleines männchen in ledermütze und friesmantel entstieg dem wagen und begab sich in den seitenflügel zum verwalter treue kurow erkannte den assessor shabashkin und ließ ihn zu sich rufen nach einer minute stand shabashkin schon vor kirilla petrovic machte eine verbeugung nach der anderen und wartete mit andacht auf seine befehle guten tag wie heißt du noch sagte treue kurow wozu bist du hergekommen ich fuhr zur stadt euer exzellenz antwortete shabashkin und wollte bei ivan dem janov nachfragen ob euer exzellenz keinen befehl für mich hätten du kommst mir gerade gelegen wie heißt du noch ich will von dir was trink ein glas schnaps und höre mich an dieser freundliche empfang überraschte den assessor auf die angenehmste weise er verzichtete auf den schnaps und begann den worten kirilla petrovic mit der größten aufmerksamkeit zu lauschen ich habe einen nachbarn sagte treue kurow einen landarmen gutsbesitzer einen grobian und ich will ihm sein gut nehmen wie denkst du darüber euer exzellenz wenn sie vielleicht irgendwelche dokumente haben unsinn bruder was brauchst du dokumente dafür gibt es ukase das ist eben der witz dass ich ihm das gut ohne jedes recht nehme wart aber dieses gut hat einmal uns gehört es war irgendeinem spitzen abgekauft und dann dem vater dubrovskis verkauft worden kann man sich das irgendwie zunutze machen es ist schwierig exzellenz der verkauf war wohl unter beobachtung der gesetzlichen vorschriften abgeschlossen worden denk mal nach bruder überlegt ihr die sache wenn euer exzellenz zum beispiel von ihrem nachbarn die urkunde bekommen könnten auf der sein besitzrecht beruht dann natürlich ich verstehe aber denke dir nur das pech alle seine papiere sind bei einer feuersbrunst verbrannt wie euer exzellenz seine papiere sind verbrannt was wollen sie dann noch in diesem falle belieben sie auf dem gesetzlichen wege vorzugehen und sie können überzeugt sein dass die sache zu ihrer vollsten zufriedenheit erledigt werden wird du glaubst so also pass auf ich verlasse mich auf deinen eifer und meiner dankbarkeit darfst du versichert sein schabaschkin verbeugte sich fast bis zur erde und ging hinaus am gleichen tage machte er sich an die beschlossene sache und dubrovski bekam dank schabaschkins geschicklichkeit schon nach zwei wochen aus der stadt die aufforderung sich unverzüglich zu der beim gericht vom general und chef treue kurow eingelaufenen klage dass er das gut kistenjowka zu unrecht besitze zu äußern andrei gavrilowitsch über die unerwartete anfrage erstaunt antwortete am gleichen tage mit einem recht groben briefe indem er erklärte dass er das gut kistenjowka von seinem seligen vater geerbt hätte dass er es aufgrund des erbrechtes besitze dass treue kurow die sache nichts anginge und dass jeder versuch ihm sein eigentumsrecht streitig zu machen nichts als betrug und gonerei sei dubrovski hatte keine erfahrung in prozesssachen und ließ sich meistenteils vom gesunden menschen verstand leiten dessen führung selten die richtige und fast immer eine ungenügende ist dieser brief erfreute dem assessor chapaschkin das herz er sah erstens dass dubrovski von geschäften wenig verstand und zweitens dass es gar nicht so schwer sein würde einen so hitzigen und unbesonnenen menschen in eine höchst unvorteilhafte lage zu versetzen andrei gavrilowitsch sah sich die vom gericht eingelaufene anfrage noch einmal ruhig an und erkannte die notwendigkeit etwas ausführlicher zu antworten er schrieb einen recht vernünftigen brief der sich jedoch später als ungenügend erwies die sache zog sich in die länge von seinem rechte überzeugt kümmerte sich andrei gavrilowitsch wenig um die sache er hatte weder lust noch die möglichkeit mit geld um sich zu werfen spottete über das käufliche wissen der rechtsvertreter und der gedanke dass er das opfer einer rechtsbeugung werden könne kam ihm nie in den sinn treue kurow kümmerte sich auch seinerseits sehr wenig um den erfolg des von ihm angestrengten prozesses schabaschkin führte die sache in seinem namen machte sich die richter durch einschüchterungen und bestechungen gefügig und legte alle existierenden ukase auf seine weise aus kurz und gut am 9 februar 1800 pünktchen pünktchen erhielt dubrowski durch die stadtpolizei eine aufforderung vor dem landgericht von sternchen sternchen zu erscheinen um das in der streitsache zwischen ihm dem leutnant dubrowski und dem general en chef treue kurow wegen eines strittigen gutes gefällte urteil anzuhören und durch seine unterschrift entweder dem urteil die zustimmung zu geben oder aber dagegen berufung einzulegen dubrowski begab sich noch am gleichen tage in die stadt unterwegs überholte ihn treue kurow sie sahen einander hochmütig an und dubrowski bemerkte im gesicht seines gegners ein boshaftes lächeln in der stadt stieg andrey gavrilowitsch bei einem ihn bekannten kaufmann ab übernachtete bei diesem und erschien am nächsten morgen vor dem landgericht gleich nach ihm kam auch kirilla petrovich die schreiber steckten ihre federn hinter die ohren und erhoben sich die richter empfingen ihn mit dem ausdruck tiefster unterwürfigkeit und schoben ihm aus achtung vor seinem rang seinem alter und seiner körperfülle einen sessel hin er setzte sich während andrey gavrilowitsch an eine wand gelehnt stand eine tiefe stille trat ein und der sekretär verlas mit lauter stimme die entscheidung des gerichts der sekretär verstummte der assessor stand auf und wandte sich mit einer tiefen verbeugung an treue kurow mit der aufforderung das papier zu unterschreiben der triumphierende treue kurow nahm aus seiner hand die feder und schrieb unter das gerichtsurteil sein vollkommenes einverständnis mit demselben jetzt war die reihe an dubrowski der sekretär rechte ihm das papier aber dubrowski stand regungslos mit gesenktem kopf da der sekretär wiederholte die aufforderung seine volle und bedingungslose zustimmung oder seinen ausdrücklichen protest gegen das urteil niederzuschreiben falls er wieder erwarten von der gerechtigkeit seiner sache überzeugt sei und falls er die absicht habe in der von den gesetzen vorgeschriebenen frist gehörigen ortes berufung einzulegen dubrowski schwieg plötzlich hob er seinen kopf seine augen funkelten er stampfte mit einem fuß stieß den sekretär so heftig zurück dass jener hinfiel ergriff ein tintenfass und warf es dem assessor an den kopf dann schrie er mit wilder stimme diese schändung der kirche gottes hinausgesindel dann wandte er sich an kirilla petrovic und fuhr fort hat man es schon gehört dass stallknechte hunde in die kirche gottes bringen hunde laufen in der kirche herum ich werde es euch zeigen alle waren entsetzt die gerichtsdiener kamen auf den lärm herbei und überwältigten ihn mit mühe man führte ihn hinaus und setzte ihn in seinen schlitten treue kurv verließ gleich nach ihm das gericht und alle richter gaben ihm das geleite der plötzliche wahnsinns anfall dubrovskis machte auf ihn mächtigen eindruck und vergiftete seine siegesfreude die richter die auf seine dank rechneten bekamen von ihm kein einziges freundliches wort zu hören er begab sich sofort nach bogrovskoye zurück von heimlichen gewissensbissen geplagt und ohne die befriedigung seines hasses voll ausgekostet zu haben dubrovski lag indessen im bett der kreisarzt der glücklicherweise kein völliger ignorant war ließ ihn zur ader und setzte ihm blutegel und spanische fliegen an gegen abend fühlte er sich besser und am anderen tage brachte man ihn nach kistenjowka das ihm fast nicht mehr gehörte ende von kapitel 2 kapitel 3 von dubrovski dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org es liest herr klugbeißer dubrovski von alexander puschkin drittes kapitel es verging einige zeit aber das befinden des armen dubrovski war immer noch schlecht die anfänge von wahnsinn hatten sich zwar nicht mehr wiederholt aber seine kräfte nahmen von tag zu tag ab er vernachlässigte seine gewohnten beschäftigungen verließ selten sein zimmer und grübelte auf tag und nacht die gute alte jegorowna die einstige wärterin seines sohnes wurde nun zu seiner pflegerin sie pflegte ihn wie ein kleines kind erinnerte ihn an essen und schlafen fütterte ihn und brachte ihn selbst zu bett andrei gavrilowitsch gehorchte ihr in allen dingen ließ aber sonst niemand zu sich er war nicht imstande an seine geschäfte und an die wirtschaft zu denken und die jegorowna hielt es für notwendig den jungen dubrovski der in einem der garde infanterieregimenter diente und sich in petersburg aufhielt über alles zu benachrichtigen so riss sie ein sauberes blatt aus dem wirtschaftsbuche heraus und diktierte dem koch kariton dem einzigen mann der in kistenjowka zu schreiben verstand einen brief den sie am gleichen tage nach der stadt zur post schickte es ist aber zeit den leser mit dem eigentlichen hellen unserer geschichte bekannt zu machen wladimir dubrovski war in einem kadettenkorps erzogen worden und dann in die garde als kornett eingetreten der vater wandte alles auf um seinem sohne anständige mittel zur verfügung zu stellen und der junge mann bekam von zu hause mehr als er eigentlich erwarten durfte da er leichtsinnig und ehrgeizig war erlaubte er sich kostspielige liebhabereien er spielte karten machte schulden dachte nicht an die zukunft und sagte sich mitunter dass er wohl früher oder später eine reiche heirat machen würde eines abends als mehrere offiziere auf seinen sofas lagen und seine pfeifen rauchten reichte ihm sein kammerdiener grischer einen brief dessen aufschrift und siegel den jungen mann nicht wenig überraschten er öffnete ihn schnell und las folgendes unser gnädiger herr wladimir andrejevich ich deine alte wärterin wage es dir über die gesundheit deines vaters zu berichten es geht ihm sehr schlecht manchmal weiß er nicht was er spricht und sitzt den ganzen tag wie ein dummes kind da gott ist der herr überleben und tod komme schneller zu uns mein lieber falke wir wollen dir nach pesoc neue pferde entgegenschicken man sagt das landgericht schickt zu uns seine beamten um uns dem kirilla petrovich treue kurow zu übergeben weil wir wie er sagt ihm gehören wir gehören aber von jeher euch etwas anderes haben wir auch nie gehört du könntest darüber in petersburg unserem väterchen dem zaren melden er wird es nicht dulden dass uns unrecht geschieht ich verbleibe deine treue magd arina jegorowna busjirojova wladimir dubrovski las diese wenig verständlichen zeilen einige mal hintereinander mit ungewöhnlicher erregung er hatte seine mutter in der frühesten kindheit verloren und kannte seinen vater fast nicht da er schon im achten lebensjahre nach petersburg gebracht worden war trotzdem hing er an ihm mit romantischer liebe und liebte das familienleben umso mehr je weniger er davon in seinen stillen freuden gekostet der gedanke an die möglichkeit den vater zu verlieren zerfleischte ihm schmerzhaft das herz und die lage des armen kranken die er nach dem briefe der wärteren ahnte erfüllte ihn mit entsetzen er stellte sich seinen vater vor wie er einsam im entlegenen dorfe von der dummen alten und der leibeigenen dienerschaft gepflegt daliegt bedroht von unheil und ohne hilfe in körperlichen und seelischen qualen dahin siechend wladimir warf sich sträfliche nachlässigkeit vor als er von seinem vater lange keine nachricht erhalten hatte er gar nicht daran gedacht sich selbst zu erkundigen und geglaubt der vater sei verreist oder mit der wirtschaft beschäftigt am gleichen tage fing er an sich um urlaub zu bemühen und saß schon nach zwei tagen mit seinem treuen grischer im postwagen wladimir andrejewitsch näherte sich der station von der er nach gistenjowka abbiegen musste sein herz war von traurigen vorahnungen erfüllt er fürchtete seinen vater nicht mehr am leben zu finden er malte sich die traurige lebensweise aus die ihn auf dem gute erwarte einsamkeit mangel an gesellschaft armut und geschäfte von denen er nichts verstand auf der station angekommen fragte er den stationsaufseher ob er nicht privatpferde haben könne der stationsaufseher erkundigte sich nach seinem reiseziel und teilte ihm mit dass die ihm aus gistenjowka entgegengeschickten pferde schon seit vier tagen hier auf ihn warteten bald erschien auch der alte kutscher anton der ihn einst in den pferdestallungen herumgeführt und sein eigenes kleines pferdchen gepflegt hatte anton vergoss beim wiedersehen mit ihm einige tränen verbeugte sich vor ihm bis zur erde sagte dass der alte herr noch am leben sei und eilte hinaus um die pferde anzuspannen wladimir andrejewitsch verzichtete auf das ihm angebotene frühstück und machte sich schleunigst auf den weg anton fuhr ihn auf dorf wegen und unterwegs entspann sich zwischen ihnen folgendes zwiegespräch sag mir bitte anton was hat mein vater mit dem treue kurow das weiß gott allein väterchen wladimir andrejewitsch unser herr hat sich mit kirila petrovitsch irgendwie nicht vertragen können und jener verklagte ihn bei gericht obwohl er meistens selbst sein eigener richter ist wir knechte dürfen nicht über ihren herrschaftlichen willen urteilen aber bei gott es ist schade dass dein väterchen dem kirila petrovitsch getrotzt hat ein beil kann man mit einer peitschenschnur nicht durchhauen dieser kirila petrovitsch macht also bei euch alles was er will gewiss herr der assessor ist für ihn luft den polizeimeister gebraucht er zu botengängen und alle herrschaften kommen zu ihm gefahren um ihm ihren respekt zu zeigen es ist ja wahr wenn es nur einen druck gibt die schweine kommen von selbst ist es wahr dass er uns unser gut nehmen will ach herr davon haben wir auch gehört neulich sagte der küster von prokowskoje bei der kindstaufe bei unserem dorf schulzen es ist euch lange genug gut gegangen jetzt nimmt euch kirila petrovitsch in zucht aber der schmied megita sagte ihm genug saviliic betrübe den gevatter nicht und mache die gäste nicht trübsinnig kirila petrovitsch ist ein mensch für sich und andrei gavrilovitsch ist einer für sich wir sind aber alle knechte gottes und des zaren aber an einen fremden munsch kann man nicht gut einen kopf annähen also wollt ihr nicht in besitztreue korovs übergehen in den besitz kirila petrovitsch gott schütze und bewahre uns seine eigenen bauern haben ein schlechtes leben aber wenn er auch noch fremde bekommt so schindet er ihnen nicht nur die haut vom leibe sondern auch das fleisch von den knochen nein gott schenke unserem andrei gavrilovitsch ein langes leben wenn ihn aber gott zu sich nimmt so wollen wir keinen anderen als dich allein du unser ernährer halte zu uns und wir werden für dich mit leib und seele einstehen bei diesen worten holte anton mit der peitsche aus und zog die zügel an und die pferde begannen einen schnellen traf zu laufen durch die ergebenheit des alten kutschers gerührt verstummte duprowski und gab sich seinen gedanken hin so verging mehr als eine stunde plötzlich weckte ihn grischer aus seinen gedanken mit dem rufe da ist pokrovskoye duprowski hob den kopf er fuhr am ufer eines weiten sees entlang dem ein flüsschen entströmte das sich zwischen den hügeln schlängelte und sich in der ferne verlor aus einem der hügel erhob sich über den grünen wipfeln des gehölzes das grüne dach und belvedere eines großen steinernen hauses auf einem anderen die kirche mit fünf kuppeln und einem alten glockenturme ringsum lagen die bauernhäuser mit ihren gemüsegärten und ziebrunnen zerstreut duprowski erkannte diese gegend er erinnerte sich dass er als junge auf diesem selben hügel mit der kleinen maschertreue kurowna gespielt hatte die zwei jahre jünger war und schon damals versprach eine schönheit zu werden er wollte sich nach ihr bei anton erkundigen aber eine gewisse scheu hielt ihn davon ab als der wagen am herrenhause vorbei fuhr sah duprowski ein weißes kleid zwischen den bäumen des gartens schimmern aber im gleichen augenblick schlug anton auf die pferde ein und sauste dem ehrgeiz folgend der allen ländlichen kutschern und vorleuten eigen ist über die brücke und am garten vorbei als sie das gut hinter sich hatten und einen kleinen hügel hinaufgefahren waren und wladimir ein bürgenwäldchen und links davon ein kleines graues häuschen mit rotem dache erblickte fing sein herz schneller zu schlagen an vor ihm lag kistenjowka mit dem ärmlichen hause seines vaters nach zehn minuten fuhr er schon in den gutshof ein mit unbeschreiblicher erregung blickte er um sich zwölf jahre hatte er seine heimat nicht gesehen die bürgen die man zu seiner zeit längst des zaunes gepflanzt hatte waren gewachsen und zu großen schattigen bäumen geworden der hof den früher drei regelmäßig angelegte blumenbeete schmückten zwischen denen ein breiter sorgfältig kehrter weg führte war jetzt in eine ungemähte wiese verwandelt auf der ein gekoppeltes pferd weidete die hunde fingen schon zu bellen an verstummten aber und wedelten mit ihren buschigen schwänzen als sie anton erkannten die leute liefen aus den gesindegebäuden heraus und umringten den jungen herrn mit lauten freudigen ausrufen nur mit mühe konnte er sich durch die dienstfertige schar hindurch drängen und die morsche freitreppe hinauflaufen im flur empfing ihn jegorowna die weinend ihren einzigen pflegling umarmte guten tag guten tag kinderfrau wiederholte er die gute alte an sein herz drückend wie geht es väterchen wo ist er was macht er in diesem augenblick trat ein großgewachsener blasser und hagerer greis in schlafrock und nachtmütze mit mühe die beine bewegend in den saal wo ist denn wolotka fragte er mit schwacher stimme und wladimir unarmte voll inbrunst seinen vater die freude hatte den kranken zu stark erschüttert er wurde plötzlich schwach seine beine knickten ein und er wäre wohl hingefallen wenn sein sohn ihn nicht gestützt hätte warum bist du vom bett aufgestanden sagte ihm jegorowna er kann nicht mal mehr stehen will aber immerhin wo die anderen menschen sind man trug den alten ins schlafzimmer er wollte mit dem sohne sprechen aber seine gedanken gerieten durcheinander und seine worte hatten keinen zusammenhang er stummte und versank in einen schlummer der zustand des vaters hatte wladimir erschüttert er folgte ihm in sein schlafzimmer und bat ihn mit seinem vater allein zu lassen das hausgesinne gehorchte alle wandten sich nun grisha zu und führten ihn in die gesindestube wo man ihn erst ordentlich mit fragen und begrüßungen quälte und ihn dann auf ländliche weise mit größter gastfreundschaft bewirtete Ende von Kapitel 3 Kapitel 4 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin Viertes Kapitel Einige Tage nach seiner Ankunft wollte der junge Dubrovski die geschäftliche Lage kennenlernen aber der Vater war nicht mehr imstande ihm die nötigen Erklärungen zu geben Andrei Gavrilovic hatte auch keinen Bevollmächtigten Bei der Durchsicht der Papiere fand Dubrovski nur den ersten Brief des Assessors und den Entwurf zu der Antwort auf diesen Daraus konnte er keine klare Vorstellung vom Prozess bekommen und entschloss sich im Vertrauen auf die gerechte Sache die Folgen ruhig abzuwarten Der Zustand Andrei Gavrilovic verschlechterte sich indes von Stunde zu Stunde Wladimir sah schon seine baldige Auflösung voraus Und wich nicht von der Seite des Vaters der vollkommen kindisch geworden war Indessen war die vorgeschriebene Frist verstrichen und eine Berufung war nicht eingelegt worden Kistenjowka gehörte treue Kurov Shabashtin kam zu ihm mit untertänigsten Glückwünschen und der Bitte bestimmen zu wollen Wann euer Exzellenz belieben den Besitz des neu erworbenen Gutes anzutreten Sei es in eigener Person, sei es doch einen bevollmächtigten Vertreter Kirila Petrovic fühlte sich etwas verlegen Von Natur aus war er nicht habgierig Er hatte sich von der Rachsucht zu weit hinreißen lassen und sein Gewissen murrte Er wußte, in welchem Zustande sich sein Gegner und alter Jugendfreund befand Und der Sieg freute ihn nicht Er sah Shabashtin drohend an und bemühte sich, einen Grund zu finden, ihn zu schelten Da er aber keinen genügenden Grund finden konnte, sagte er böse Geh weg, ich hab für dich keine Zeit Als Shabashtin sah, dass er schlechter Laune war, verbeugte er sich und eilte hinaus Aber Kirila Petrovic begann auf und ab zu gehen und dabei den Marsch zu pfeifen Laut erdröhne Siegesjubel, was bei ihm immer ein Zeichen heftiger innerer Stürme war Schließlich ließ er einen Jagdwagen anspannen, kleidete sich warm an, es war schon Ende September Er griff selbst die Zügel und fuhr aus Bald erblickte er das Häuschen Andrei Gavrilovics Die widerstrebendsten Gefühle erfüllten seine Seele Die befriedigte Rachlust und Herrschsucht erstickten bis zu einem gewissen Grade die edleren Regungen Aber die letzteren siegten schließlich doch Er war entschlossen, sich mit seinem alten Nachbarn zu versöhnen Alle Spuren des Streites zu vernichten und ihm seinen Besitz wiederzugeben Als Kirila Petrovic seine Seele durch diesen Entschluss erleichtert hatte, ließ er sein Pferd trablaufen und fuhr auf den Gutshof Der Kranke saß zu dieser Zeit am Fenster des Schlafzimmers Er erkannte Kirila Petrovic und eine furchtbare Erregung zeigte sich aus seinem Gesicht Ein tiefes Rot trat anstelle der gewöhnlichen Blässe Die Augen funkelten, er gab unverständliche Laute von sich Sein Sohn, der bei ihm mit den Rechnungsbüchern beschäftigt saß Hob den Kopf und erschrak über den Zustand des Vaters Der Kranke zeigte mit dem Finger zornig und erschrocken auf den Hof In diesem Augenblick erklangen die schweren Schritte und die Stimme Jekorovnas Herr, Herr, Kirila Petrovic ist gekommen, Kirila Petrovic hält vor dem Hause Jekorovna fuhr erschrocken fort Mein Gott, was ist denn das? Was ist mit ihm geschehen? Der Alte raffte eilig die Schöße seines Schlafrocks zusammen, um von seinem Sessel aufzustehen Er hob sich ein wenig und fiel plötzlich zu Boden Der Sohn stürzte zu ihm hin Der Alte lag unbeweglich, bewusstlos, ohne zu atmen Der Schlag hatte ihn gerührt Schnell, schnell, in die Stadt nach einem Arzt, schrie Wladimir Kirila Petrovic möchte Sie sprechen, meldete ein eintretender Diener Wladimir warf ihm einen furchtbaren Blick zu Sag Kirila Petrovic, er soll sie sofort scheren, sonst lasse ich ihn hinauswerfen, marsch! Der Diener eilte freudig hinaus, um den Befehl seines Herrn auszuführen Jekorovna schlug die Hände zusammen Väterchen, rief sie mit weinerlicher Stimme Du wirst dich zugrunde richten Kirila Petrovic wird uns alle auffressen Schweig, Kinderfrau, sagte Wladimir Zornig Schicke sofort Anton in die Stadt nach einem Arzt Jekorovna ging hinaus Im Vorzimmer war niemand mehr, alle Leute waren hinausgelaufen, um Kirila Petrovic zu sehen Die Alte ging auf die Freitreppe hinaus und hörte die Antwort, die der Diener im Namen des jungen Herrn gab Kirila Petrovic hörte in seinem Wagen sitzend den Diener an Sein Gesicht wurde finsterer als die Nacht Er lächelte verächtlich, blickte das Gesinde drohend an und fuhr im Schritt vom Hofe Er sah zum Fenster hinauf, an dem soeben Andrei Gavrilovic gesessen hatte Jetzt war aber niemand mehr da Die Kinderfrau hatte den Befehl ihres Herrn vergessen und stand noch immer auf der Treppe Das Gesinde besprach laut das Ereignis Plötzlich erschien Wladimir unter den Leuten und sagte mit zitternder Stimme Der Arzt ist jetzt nicht mehr nötig, Väterchen ist verschieden Es entstand eine Verwirrung Die Leute stürzten ins Zimmer des alten Herrn Er lag im Lehnstuhl, auf den ihn Wladimir gebracht hatte Die rechte Hand hing zu Boden herab Der Kopf war auf die Brust gesenkt Kein Lebenszeichen war in diesem noch nicht erkalteten Aber durch den Tod schon entstellten Körper zu sehen Jegorovner schluchzte laut Die Diener umringten den ihrer Fürsorge anvertrauten Leichnam Wuschen ihn, bekleideten ihn mit der noch im Jahre 1797 genähten Uniform Und legten ihn auf denselben Tisch, an dem sie so viele Jahre ihren Herrn bedient hatten Ende von Kapitel 4 Kapitel 5 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin Fünftes Kapitel Die Beerdigung fand am dritten Tage statt Die Leiche des armen Kreises lag von einem Bart hochbedeckt und von Kerzen umgeben auf dem Tische Das Esszimmer war von Leibeigenen angefüllt, die ihr das letzte Geleite geben wollten Wladimir und die Diener hoben den Sarg Der Geistliche ging voran und der Küster folgte ihm, Beerdigungslieder singend Der Herr von Kistenjowka verließ zum letzten Mal sein Haus Der Sarg wurde durch das Wäldchen getragen, hinter dem sich die Kirche befand Es war ein heiterer und kalter Tag, das Herbstlaub fiel von den Bäumen Als sie das Wäldchen durchschritten hatten, erblickten sie die Holzkirche von Kistenjowka und den von alten Linden beschatteten Friedhof Hier ruhte die verstorbene Mutter Wladimirs, neben ihrem Grabe war am Tage vorher ein neues Grab geschaufelt worden Die Kirche war voll von Bauern, die gekommen waren, um ihrem Herrn die letzte Ehre zu erweisen Der junge Dubrovski stand im Chor, er weinte nicht und betete nicht, aber sein Gesicht war entsetzlich Die Trauerzeremonie war beendet Wladimir trat als erster an den Sarg, um von der Leiche Abschied zu nehmen Ihm folgten alle Leibeigenen Dann brachte man den Deckel und nagelte den Sarg zu Die Weiber weinten laut, die Männer wischten sich oft mit der Faust die Tränen aus den Augen Wladimir und die gleichen drei Diener trugen den Sarg, vom ganzen Dorfe begleitet, auf den Friedhof Man versenkte ihn ins Grab Alle Anwesenden warfen eine Handvoll Erde hinab Das Grab wurde zugeschüttet Alle verbeugten sich noch einmal vor dem Hügel und begaben sich nach Hause Wladimir verließ schnell den Friedhof und verschwand Alle Leidtragenden überholend Im Wäldchen von Kistenjowka Jegorowna lud in seinem Namen den Geistlichen, den Küster und die ganze Klerisei zum Trauermahl ein Und erklärte allen, dass der junge Herr demselben nicht beiwohnen würde So gingen der Pope P. Onisim, seine Frau Fiderowna und der Küster zu Fuß auf den Gutshof Und sprachen unterwegs mit Jegorowna von den Tugenden des Verstorbenen Und von den Dingen, die seinen Erben zu erwarten schienen Der Besuchtreue Kurovs und der Empfang, der ihm zuteil geworden war Waren schon in der ganzen Nachtbarschaft bekannt geworden Und die Dorfpolitiker prophezeiten die ernstesten Folgen Was auch kommen mag, sagte die Popenfrau Es wäre schade, wenn wir nicht Wladimir Andreevich zum Herrn bekämen Denn er ist ein trefflicher junger Mann, das muss ich sagen Wer soll denn unser Herr sein, wenn nicht er, unterbrach sie Jegorowna Kirilla Petrovich regt sich vergebens auf Und er hat es nicht mit einem Feigling zu tun Mein junger Falke wird schon selbst für sich eintreten können Auch Gott wird ihm beistehen Und seine Wohltäter werden ihn auch nicht im Stich lassen Viel zu stolz ist dieser Kirilla Petrovich Wie er aber hier den Schwanz eingezogen hat Als unser Grischer ihn anschrie Hinaus, alter Hund, fort von hier Ach, Jegorowna, versetzte der Küster Wie hat es Grigori bloß über die Lippen gebracht Ich glaube, ich entschließe mich eher Den Bischofen etwas zu bitten Als Kirilla Petrovich schäl anzusehen Wenn man ihn bloß anblickt Befällt einen Furcht und Schrecken Und der Rücken beugt sich ganz von selbst Es ist alles eitel, sagte der Geistliche Auch dem Kirilla Petrovich wird man einst Die ewige Ruhe singen Wie heute Andrei Gavridovic Höchstens wird die Beerdigung prunkvoller sein Und man wird auch mehr Gäste zusammenrufen Aber vor Gott ist das ganz gleich Ach, Väterchen Auch wir hatten es vor Die ganze Nachbarschaft einzuladen Aber Wladimir Andrijevich wollte es nicht Wir haben von allem genug Um viele Gäste zu bewirten Aber was soll man machen? Wir haben nur wenig Gäste Aber ich werde wenigstens euch gut bewirten Meine Lieben Dieses freundliche Versprechen Und die Hoffnung Einen schmackhaften Kuchen vorzufinden Beschleunigten die Schritte der Gesellschaft Und alle erreichten bald glücklich Das Herrenhaus Wo der Tisch schon gedeckt war Und der Brandwein bereit stand Wladimir drang indessen Immer tiefer ins Dickicht ein Und suchte seinen Seelenschmerz Durch Bewegung und Ermüdung zu betäuben Er ging, ohne auf den Weg zu achten Die Zweige streiften ihn jeden Augenblick Und zerkratzten ihm Gesicht und Hände Seine Füße sanken immer in den Morast ein Er merkte es nicht Endlich erreichte er eine kleine Rings vorm Walde umgebene Lichtung Ein Bächlein schlängelte sich lautlos Zwischen den Bäumen dahin Die der Herbst schon halb entblößt hatte Wladimir machte Halt Setzte sich auf den kleinen Rasen Und Gedanken Einer düsterer als der andere Drängten sich in seinem Herzen Er fühlte seine bedrückende Einsamkeit Und die Zukunft schien ihm Von drohenden Wolken verhüllt Der Streit mit Trojekurow Verhieß ihm neues Unheil Sein ärmlicher Besitz Konnte leicht in fremde Hände übergehen In diesem Falle Erwartete ihn der Bettelstab Lange saß erregungslos Auf dem gleichen Platz da Folgte mit den Blicken Den langsamen Lauf des Baches Der einzelne welke Blätter Mit sich vortrug Und empfand darin lebhaft Die Ähnlichkeit mit dem Leben Sah ein so treues Und gewöhnliches Abbild des Lebens Endlich merkte er Dass es schon dunkelte Er stand auf Um nach dem Wege zu suchen Lange irrte er In dem ihm unbekannten Walde umher Bis er endlich auf einen Pfad geriet Der ihn gerade zum Tore Seines Hauses führte Unterwegs traf er den Popen Mit der ganzen Klerisei Ihm kam der Gedanke Dass eine solche Begegnung Nach dem Volksglauben Glück verheißend sei Unwillkürlich bog er vom Wege ab Und verschwand hinter den Bäumen Sie bemerkten ihn nicht Und sprachen eifrig miteinander Meidet das Böse Und tut Gutes Sagte der Pope zu seiner Frau Was sollen wir hier noch länger bleiben Es ist nicht deine Sorge Wie die Sache ausgeht Die Popenfrau entgegnete etwas Aber Wladimir konnte es nicht hören Als er sich seinem Hause näherte Erblickte er eine Menge Menschen Viele Bauern und das Hausgesinde Drängten sich auf dem Guthofe Wladimir vernahm schon aus der Ferne Ein lautes Gemurmel Vor dem Schuppen warteten zwei Troikers Auf der Treppe standen einige Unbekannte Männer in Uniformrücken Die mit großem Eifer zu sprechen schienen Was hat das zu bedeuten? Fragte er zornig Anton Der ihm entgegen eilte Was sind das für Menschen Und was wollen sie hier? Ach, Väterchen Wladimir Andreevich Antwortete der Alte ganz atemlos Das Gericht ist da Man übergibt uns dem treue Kurov Man nimmt uns dir weg Wladimir ließ den Kopf hängen Die Leibeigenen umringten Ihren unglücklichen Herrn Unser Vater Riefen sie Ihm die Hände küssend Wir wollen keinen anderen Herrn als dich Wir sterben lieber Als dass wir dich im Stich lassen Befehle es uns nur, Herr Wir werden mit dem Gericht schon fertig werden Wladimir sah sie an Und düstere Gefühle erfüllten sein Herz Seid ruhig, sagte er ihnen Ich will mit den Beamten sprechen Sprich mit ihnen, Väterchen Rief man ihm aus der Menge zu Redet doch den Verdammten ins Gewissen Wladimir ging auf die Beamten zu Schabaschkin stand mit der Mütze auf dem Kopfe Die Hände in die Hüften gestemmt Und blickte stolz um sich Der Ispravnik, ein großer, dicker Mann Von etwa fünfzig Jahren Mit rotem Gesicht und Schnurrbart Räusperte sich, als Herr Dubrovski kommen sah Und sagte mit heiserer Stimme Ich wiederhole also nochmals Was ich schon gesagt habe Auf Beschluss des Kreisgerichts Gehört ihr von nun an Kirilla Petrovich Trojekorov Der hier von Herrn Schabaschkin Vertreten wird Gehorcht ihm in allen Dingen Was er euch befehlen wird Aber ihr Weiber Liebt und ehrt ihn ganz besonders Denn er hat für euch Eine besondere Vorliebe Nach diesem geistreichen Witze Lachte der Ispravnik laut auf Schabaschkin und die übrigen Mitglieder der Gerichtskommission Folgten seinem Beispiel Wladimir schäumte vor Wut Darf ich fragen, was das zu bedeuten hat? Fragte er mit gekünstelter Ruhe Den lustigen Ispravnik Das hat zu bedeuten Antwortete der witzige Beamte Dass wir hierher gekommen sind Um Kirilla Petrovich Trojekorov In den Besitz dieses Gutes einzuweisen Und alle anderen bitten Gutwillig zu verschwinden Ich glaube aber Sie hätten sich zuvor an mich Und nicht an meine Bauern wenden sollen Um mir von der Entziehung Meines Besitzes Mitteilung zu machen Der ehemalige Gutsbesitzer Andrei Gravelowitsch Dubrovski Ist nach Gottes Ratschluss gestorben Wer aber bist du? Fragte Schabaschkin mit frechem Blick Wir kennen sie nicht Und wollen sie auch nicht kennen Euer Wohlgeboren Es ist unser junger Herr Rief eine Stimme aus der Menge Es ist Wladimir Andreevich Wer wagt es den Mund aufzutun? Sagte der Ispravnik streng Was für ein Herr Was für ein Wladimir Andreevich Euer Herr ist Kirilla Petrovich Trojekorov Hört ihr es, ihr Narren? Unsinn! Rief die gleiche Stimme Das ist ja Aufruhr Schrie der Ispravnik Hey, Gemeindeältester! Der Gemeindeälteste trat vor Finde mir sofort den Der es gewagt hat mit mir reden Ich werde ihm schon zeigen Der Gemeindeälteste wandte sich An die Menge und fragte Wer da gesprochen habe Aber alle schwiegen Bald erhob sich in den hinteren Reihen Ein Murm Es wurde immer lauter Und verwandelte sich nach einer Minute In ein fürchterliches Geschrei Der Ispravnik dämpfte seine Stimme Und versuchte die Leute zu beschwichtigen Was wollt ihr noch auf ihn hören? Schrien die Leibeigenen Kinder, packt sie! Und die Menge rückte gegen die Beamten vor Schabaschkin und die Kommissionsmitglieder Stürzten schnell in den Hausflur Und verschlossen hinter sich die Tür Kinder, los! Schrie die gleiche Stimme Und die Menge drängte vorwärts Halt! Schrie Dubrovski Dummköpfe! Was fällt euch ein? Ihr richtet euch und mich zugrunde Geht nach Hause und lasst mich in Ruhe Habt keine Angst Der Kaiser ist gnädig Ich werde ihn bitten Er wird uns die Hilfe nicht versagen Wir alle sind seine Kinder Wie soll er aber für euch eintreten Wenn ihr euch wie Aufrührer und Räuber gebärdet? Die Rede des jungen Dubrovski Seine laute Stimme Und sein gebieterisches Auftreten Hatten den gewünschten Erfolg Die Bauern beruhigten sich Und gingen nach Hause Der Hof lehrte sich Die Kommissionsmitglieder saßen im Hause Wladimir ging traurig die Stufen hinauf Schabaschkin öffnete die Tür Und fing an Dubrovski unter tiefen Verbeugungen Für sein gnädiges Einschreiten zu danken Wladimir hörte ihn mit Verachtung an Und antwortete nichts Wir haben beschlossen Fuhr der Assessor fort Mit ihrer Erlaubnis hier über Nacht zu bleiben Denn es ist dunkel Und die Bauern können uns auf dem Wege überfallen Erweisen sie uns die Gnade Und lassen sie uns wenigstens etwas Heu ins Wohnzimmer bringen Bei Tagesanbruch fahren wir heim Tun sie was sie wollen Antwortete ihnen Dubrovski trocken Ich bin hier nicht mehr der Herr Mit diesen Worten zog er sich in das Zimmer seines Vaters zurück Und schloss hinter sich die Tür Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Pushkin 6. Kapitel Also ist alles zu Ende, sagte sich Wladimir Am Morgen besaß ich noch ein Obdach und ein Stück Brot Und morgen muss ich das Haus verlassen, in dem ich geboren bin Mein Vater, die Erde, in der er ruht, wird dem verhassten Menschen, der seinen Tod und mein Elend verschuldet hat, gehören Wladimir biss die Zähne zusammen und sein Blick heftete sich auf das Bild seiner Mutter Der Künstler hatte sie an ein Geländer gelehnt dargestellt, in einem weißen Morgenkleid mit einer Rose im Haar Auch dieses Bild wird dem Feinde meiner Familie zufallen, dachte sich Wladimir Es wird zusammen mit zerbrochenen Stühlen in die Rumpelkammer kommen Oder vielleicht im Vorzimmer aufgehängt werden, als Gegenstand des Spottes und der Witze seiner Pik höre Aber in ihrem Schlafzimmer, im Sterbezimmer meines Vaters, wird sein Verwalter wohnen oder sich sein Harren befinden Nein, nein, das traurige Haus, aus dem er mich vertreibt, darf ihm nicht gehören Wladimir knirschte mit den Zähnen, schreckliche Gedanken regten sich in ihm Die Stimmen der Beamten drangen zu ihm herein, sie wirtschafteten wie die Herren im Hause, verlangten bald dieses, bald jenes und störten auf die unangenehmste Weise seine traurigen Gedanken Endlich war alles still Wladimir öffnete die Kommoden und Schubläden und begann die Papiere des Verstorbenen zu sichten Sie bestanden zum größten Teil aus Wirtschaftsrechnungen und geschäftlichen Korrespondenzen Wladimir zerriss sie, ohne sie zu lesen Unter ihnen fiel ihm ein Paket in die Hand mit der Aufschrift, Briefe meiner Frau Tief bewegt sah Wladimir sie durch Sie waren während der türkischen Kampagne geschrieben worden und aus Kistenjowka ins Feld adressiert Sie beschrieb darin ihr einsames Leben und die wirtschaftlichen Sorgen Beklagte sich mit den zärtlichsten Gefühlen über die Trennung und rief ihn nach Hause in die Arme der liebenden Lebensgefährtin In einem der Briefe äußerte sie ihre Besorgnis wegen der Gesundheit des kleinen Wladimir In einem anderen freute sie sich über seine früh entwickelten Fähigkeiten und prophezeite ihm eine glückliche und glänzende Zukunft Wladimir vertiefte sich mit der ganzen Seele in die Welt des Familienglücks, vergaß die Gegenwart und merkte gar nicht, wie die Zeit verging Die Wanduhr schlug elf Wladimir steckte die Briefe in die Tasche, nahm eine Kerze und verließ das Kabinett Im Saale schliefen die Beamten auf dem Fußboden Auf dem Tische standen die von ihnen geleerten Gläser und im ganzen Zimmer roch es stark nach rum Wladimir ging mit Ekel an ihnen vorbei ins Vorzimmer Hier war es dunkel Als Wladimir mit der Kerze erschien, stürzte jemand in eine Ecke Wladimir ging mit der Kerze auf ihn zu und erkannte den Schmied Archib Was willst du hier? fragte er erstaunt Ich wollte, ich kam nur nachzusehen, ob alle zu Hause sind, antwortete Archib leise und stockend Und warum hast du ein Beil bei dir? Wozu ich das Beil habe? Kann man denn heute ohne Beil ausgehen? Diese Beamten sind solche Verbrecher, dass man sich in Acht nehmen muss Du bist betrunken, lass das Beil und geh, schlaf dich aus Ich bin betrunken? Wladimir, Väterchen Wladimir Andreevich, Gott ist mein Zeuge Ich habe nicht einen Tropfen im Munde gehabt Und wie könnte ich auch an den Schnaps bloß denken? Ist es nicht unerhört? Die Beamten wollen uns in ihre Gewalt bekommen Die Beamten treiben unsere Herrschaft auf dem Hause Wie sie da schnarchen, die Verdammten Man müsste ihnen allen auf einmal den Garaus machen und kein Mensch würde es erfahren Dubrovski machte ein finsteres Gesicht Hör mal, Archib, sagte er nach einem Schweigen Schlage dir das aus dem Kopfe Die Beamten haben keine Schuld Zünde die Laterne an und komm mit mir Archib nahm die Kerze aus der Hand seines Herrn Suchte hinter dem Ofen die Laterne hervor Zündete sie an und beide stiegen leise die Treppe hinunter und gingen über den Hof Die Wache schlug, als sie sie gehen hörte, auf ein gusseisernes Brett Die Hunde bellten Wer hat heute die Nachtwache? Fragte Dubrovski Wir, Väterchen Antwortete eine hohe Stimme Vasilisa und Lukeria Geht nach Hause, sagte ihnen Dubrovski Ihr seid nicht mehr nötig Es ist Feierabend, fügte Archib hinzu Wir danken dir, Wohltäter Antworteten die Weiber und gingen sofort nach Hause Dubrovski ging weiter Zwei Menschen näherten sich ihm und riefen ihn an Dubrovski erkannte die Stimmen Antons und Grischas Warum schlaft ihr nicht? Fragte er sie Wie könnten wir schlafen? Antwortete Anton Was wir jetzt erleben müssen Wer hätte es wohl gedacht? Still, unterbrach ihn Dubrovski Wo ist die Gorovna? Im Herrenhause, in ihrer Kammer Antwortete Grisha Geh, bring sie her und führe alle unsere Leute aus dem Hause Damit außer den Beamten keine Menschensille darin bleibt Und du, Anton, spanne den Wagen an Grisha ging und kam nach einer Minute mit seiner Mutter wieder Die Alte hatte sich in dieser Nacht nicht ausgezogen Außer den Beamten hatte im ganzen Haus niemand ein Auge geschlossen Seid ihr alle hier? Fragte Dubrovski Ist niemand im Hause geblieben? Niemand außer den Beamten Antwortete Grisha Bringt jetzt Heu und Stroh her Befall Dubrovski Die Leute liefen in den Stall und kehrten mit Heubündeln zurück Legt es unter die Treppe Ja, so Nun, Kinder, gebt mir Feuer Archib öffnete die Laterne Dubrovski zündete einen Spahn an Wart, sagte er zu Archib Ich glaube, ich habe in der Eile die Tür im Vorzimmer geschlossen Geh und öffne sie schnell Archib lief in den Flur Die Tür war offen Archib drehte den Schlüssel um und sagte leise vor sich hin Ja, warum nicht gar öffnen? Und kehrte zu Dubrovski zurück Dubrovski legte den Spahn an Das Heu lorderte auf Die Flamme schlug empor Und erleuchtete den ganzen Hof Ach, du lieber Himmel Jammerte Yegorovna Wladimir Andreevich Was machst du? Schweig Antwortete Dubrovski Nun, Kinder, lebt wohl Ich gehe, wohin Gott mich führen wird Seid glücklich mit eurem neuen Herrn Unser Vater und Wohltäter Riefen die Leute Wir sterben, aber wir verlassen dich nicht Wir gehen mit dir Die Pferde waren angespannt Dubrovski setzte sich mit Grisha in den Wagen Anton schlug auf die Pferde ein Und sie fuhren aus dem Hofe In diesem Augenblick erfasste das Feuer das ganze Haus Die Fußböden fielen krachend ein Lodernde Balken stürzten zu Boden Roter Rauch erhob sich über dem Dache Es ertönte klägliches Geschrei Zur Hilfe, zur Hilfe Warum nicht gar, sagte Archib Der mit boshaften Lächeln der Feuersbrunst zusah Lieber Archib, sagte ihm Yegorovna Rette, rette sie die Verfluchten Gott wird es dir lohnen Warum nicht gar, antwortete der Schmied Jetzt erschienen die Beamten in den Fenstern Und bemühten sich, die doppelten Fensterrammeln zu zerbrechen Aber im gleichen Augenblick stürzte das Dach mit lautem Krachen ein Und die Schreie verstummten Bald war das ganze Gesinde im Hof versammelt Die Weiber retteten schreiend ihre Habe Und die Kinder hüpften umher und freuten sich über das Feuer Die Funken wirbelten wie ein feuriges Schneegestüber durch die Luft Und die Bauernhäuser fingen Feuer Jetzt ist alles gut, sagte Archib Wie schön es brennt Man wird es wohl aus Pokrovskoyer gut sehen können In diesem Augenblick zog eine neue Erscheinung ihrer Aufmerksamkeit auf sich Auf dem Dach der brennenden Scheune lief eine Katze hin und her Und wusste nicht, wohin sie abspringen sollte Von allen Seiten umgaben sie die Flammen Das arme Tier rief mit kläglichen Miauen um Hilfe Die kleinen Jungen wälzten sich vor Lachen, als sie seine Verzweiflung sahen Was lacht ihr, Teufelsjung, sagte böse der Schmied Ihr fürchtet nicht, ein Geschöpf Gottes geht zugrunde Und ihr Narren freut euch darüber Und er lehnte eine Leiter an das brennende Dach Und kletterte hinauf, um die Katze zu holen Sie verstand seine Absicht und krallte sich dankbar und hastig an seinen Ärmel Der halbversenkte Schmied kletterte mit seiner Beute herunter Nun, Kinder, lebt wohl, sagte er dem bestürzten Gesinde Ich habe hier nichts mehr zu suchen Ich wünsche euch jedes Glück Bewahrt mich in gutem Andenken Der Schmied verschwand Der Brand wütete noch einige Zeit und hörte allmählich auf Haufen von Kohlenglut ohne Flamme leuchteten hell im Dunkel der Nacht Die abgebrannten Bauern von Kistenjowka irrten um die Brandstätte herum Ende von Kapitel 6 Kapitel 7 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin Siebendes Kapitel Am anderen Tage verbreitete sich die Nachricht von der Feuersbrunst in der ganzen Umgegend Alle sprachen davon und ein jeder suchte sich das Ereignis auf seine Art zu erklären Die einen behaupteten, dass die Bauern sich nach der Beerdigung betrunken und das Haus aus Unvorsichtigkeit angezündet hätten Andere beschuldigten die Beamten, die sich bei der Feier des Besitzwechsels berauscht hätten Manche ahnten den wahren Sachverhalt und versicherten Dubrovski selbst hätte von Zorn und Verzweiflung getrieben das schreckliche Unglück verschuldet Viele behaupteten er sei selbst mit den Beamten und mit den Dienern verbrannt Trojekurow kam am nächsten Tage auf die Brandstätte und leitete selbst die Untersuchung ein Es zeigte sich, dass der Ispravnik der Assessor am Landgericht der Anwalt und der Gerichtsschreiber ebenso auch Wladimir Dubrovski die Kinderfrau Jegorowna der Diener Grigori der Kutscher Anton und der Schmied spurlos verschwunden waren Alle Leibeigenen sagten aus dass die Beamten nach dem Einsturz des Daches verbrannt wären Ihre verkohlten Knochen wurden aus der Asche gegraben Die Weiber Vasilisa und Lukeria sagten dass sie Dubrovski und den Schmied Archib einige Minuten vor der Feuersbrunst gesehen hätten Der Schmied Archib war, wie alle einstimmig bestätigten am Leben geblieben Wahrscheinlich sei er der Haupttäter wenn nicht der einzige Brandstifter gewesen Auch gegen Dubrovski lag starker Verdacht vor Kirilla Petrovich sandte dem Gouverneur einen genauen Bericht über das ganze Ereignis und so begann eine neue Untersuchung Bald darauf gaben andere Gerüchte der Neugier und dem Gerede neuen Stoff Eine Räuberbande war aufgetaucht die in der ganzen Umgehung Schrecken verbreitete Die von den Behörden ergriffenen Maßregeln erwiesen sich als ungenügend Raubanfälle, einer erstaunlicher als der andere folgten aufeinander Weder auf den Landstraßen noch in den Dörfern war man sicher Räuber fuhren am helllichten Tage in einigen Träugas im ganzen Gouvernement herum überfielen die Reisenden und die Post kamen in die Dörfer raubten die Herrenhäuser aus und steckten sie in Brand Der Anführer der Bande zeichnete sich durch Klugheit, Kühnheit und sogar eine eigentümliche Großmut aus Man erzählte sich von ihm Wunderdinge Dubrovskis Name war in aller Munde Alle waren überzeugt, dass er und kein anderer der Anführer der kühnen Räuber sei Man wunderte sich nur über einen Umstand Treue Kurows Besitz blieb verschont Die Räuber hatten keine seiner Scheunen geplündert und keine seiner Fuhren angehalten Treue Kurow erklärte in seiner gewohnten Anmaßung diese Ausnahme mit der Furcht, die er dem ganzen Gouvernement eingejagt zu haben glaubte ebenso mit der guten Polizei die er auf seinen Besitztümern eingeführt hatte Die Nachbarn lachten anfangs über die Einbildung Treue Kurows und jeder erwartete, dass die ungebetenen Gäste auch Pokrovskoye besuchen würden wo sie sich manches holen könnten Schließlich mussten aber alle zugeben dass die Räuber vor ihm einen unerklärlichen Respekt hatten Treue Kurow triumphierte und erging sich bei jeder Nachricht über eine neue Heldentat Dubrovskis in höhnischen Anspielungen über den Gouverneur, die Ispravniks und die militärischen Befehlshaber denen Dubrovski immer unbehelligt entschlüpfte Indessen kam der 1. Oktober heran der Tag des Kirchweihfestes auf dem Gute Treue Kurows Bevor wir uns aber der Schilderung der weiteren Ereignisse zuwenden müssen wir den Leser erst mit einigen Personen bekannt machen die teils für ihn neu und teils nur flüchtig zu Beginn unserer Erzählung erwähnt worden sind Ende von Kapitel 7 Kapitel 8 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Pushkin 8. Kapitel Der Leser wird wohl schon erraten haben dass die Tochter Kirilla Petrovichs die wir bisher mit wenigen Worten erwähnt haben die Heldin unserer Erzählung ist In der von uns geschilderten Zeit war sie 17 Jahre alt und ihre Schönheit stand in schönster Blüte Ihr Vater liebte sie wahnsinnig Behandelte sie aber mit der ihm eigenen Willkür indem er bald ihre geringsten Lornen befriedigte und sie bald durch strenge zuweilen sogar grausame Behandlung einschüchterte Er war zwar von ihrer Anhänglichkeit überzeugt konnte aber unmöglich ihr Vertrauen erwerben Sie hatte sich gewöhnt vor ihm alle ihre Gefühle und Gedanken zu verheimlichen da sie niemals sicher wissen konnte wie er sie aufnehmen würde Sie hatte keine Freundinnen und war ganz einsam aufgewachsen Die Frauen und Töchter der Nachbarn besuchten Kirilla Petrovich nur selten da seine gewöhnlichen Gespräche und Vergnügungen die Gesellschaft von Männern und nicht die Anwesenheit von Damen erforderten Nur selten erschien unsere Schöne vor den Gästen die bei Kirilla Petrovich zechten Die große Bibliothek die zum größten Teil aus Werken französischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts bestand war ganz zu ihrer Benutzung freigelassen Ihr Vater, der noch nie ein Buch mit Ausnahme der perfekten Köchin in der Hand gehabt hatte konnte die Auswahl ihrer Lektüre nicht leiten und Mascha wandte sich natürlicherweise nachdem sie Werke aller Art durchblättert hatte den Romanen zu Auf diese Weise vollendete sie selbst ihre Erziehung die einst unter der Leitung der Mademoiselle Mimi begonnen hatte Kirilla Petrovich hatte dieser Französin ein großes Zutrauen und Wohlwollen geschenkt und musste sie endlich in aller Stille auf ein anderes Gut schicken als die Folgen dieser Freundschaft allzu sichtbar wurden Mademoiselle Mimi hatte ein recht gutes Andenken zurückgelassen Sie war ein gutmütiges Wesen und hatte den Einfluss den sie auf Kirilla Petrovich auszuüben schien nie missbraucht wodurch sie sich von allen anderen Favoritinnen auszeichnete die ihr jeden Augenblick wechselte Kirilla Petrovich hatte sie anscheinend mehr als alle anderen geliebt und der schwarzäugige, muntere Junge von etwa neun Jahren dessen Züge an das südländische Gesicht der Mademoiselle Mimi erinnerten wurde in seinem Hause erzogen und als sein Sohn anerkannt während eine Menge barfüßiger Jungen die Kirilla Petrovich ähnlich sahen wie ein Tropfen Wasser dem anderen und auf dem Hofe vor seinen Fenstern umher liefen als gewöhnliche Bauernkinder galten Kirilla Petrovich verschrieb aus Moskau für seinen kleinen Sascha einen französischen Lehrer der während der von uns geschilderten Ereignisse auf Bogrovskoje eintraf Dieser Lehrer gefiel Kirilla Petrovich durch sein angenehmes Äußeres und seine bescheidenen Manieren Er legte Kirilla Petrovich Empfehlungen und den Brief eines der Verwandten Treue Korows vor bei dem er vier Jahre als Hauslehrer gelebt hatte Kirilla Petrovich sah sich diese Papiere an und war mit allem zufrieden nur das jugendliche Alter des Franzosen passte ihm nicht recht nicht weil er etwa diesen angenehmen Fehler als mit der Geduld und Erfahrung die für diesen so schwierigen Beruf eines Lehrers notwendigen Eigenschaften unvereinbar hielte sondern weil er seine eigenen Bedenken hatte die er dem Lehrer sogleich mitzuteilen beschloss Zu diesem Zwecke ließ er Mascha kommen Kirilla Petrovich verstand kein Französisch und sie mußte ihm als Dolmetscher dienen Komm mal her, Mascha, und sag diesem Mutje, dass ich ihn nehmen will doch unter der Bedingung, dass er sich ja nicht untersteht meinen Mädels nachzustellen sonst werde ich ihn, den Hundesohn übersetze es ihm, Mascha Mascha errötete und sagte dem Lehrer auf Französisch dass ihr Vater hoffe, es mit einem bescheidenen und anständigen Menschen zu tun zu haben Der Franzose verbeugte sich vor ihr und erwiderte er hoffe, die Achtung ihres Vaters zu erwerben selbst wenn er ihm sein Wohlwollen versagte Mascha übersetzte diese Antwort wörtlich Gut, sehr gut, sagte Kirilla Petrovich Er braucht weder Achtung noch Wohlwollen Seine Sache ist es, Sascha zu erziehen und in der Grammatik und Geografie zu unterrichten Übersetze es ihm Maria Kirillowna milderte in ihrer Übersetzung die rohen Ausdrücke ihres Vaters und Kirilla Petrovich ließ seinen Franzosen ins Seitengebäude gehen wo für ihn ein Zimmer vorbereitet war Die von allen möglichen aristokratischen Vorurteilen befangene Mascha schenkte dem jungen Franzosen gar keine Beachtung Der Lehrer war für sie eine Art Diener oder Handwerker und die Diener und Handwerker waren in ihren Augen keine Männer Sie merkte auch weder den Eindruck, den sie auf Monsieur Deforge gemacht hatte noch seine Verwirrung, sein Zittern und die Veränderung seiner Stimme Dann traf sie ihn einige Tage hintereinander sehr oft, würdigte ihn aber keiner großen Beachtung Auf eine unerwartete Weise erhielt sie aber eine ganz andere Vorstellung von ihm Auf dem Hofe Kirilla Petrovichs wurden gewöhnlich mehrere junge Bären gehalten die zu den wichtigsten Belustigungen des Gutsherrn von Pokrovskoje gehörten In ihrer frühesten Jugend brachte man sie alltäglich ins Wohnzimmer wo Kirilla Petrovich sich mit ihnen stundenlang abgab und sie auf Katzen und Hunde hetzte Als sie erwachsen waren, wurden sie an die Kette gelegt um später gehetzt zu werden Ab und zu führte man sie vor die Fenster des Herrenhauses und rollte ihnen ein leeres, mit Nägeln bespicktes Weinfass vor die Füße Der Bär beschnüffelte erst das Fass berührte es leise, zerstach sich die Tatzen geriet in Wut, stieß es immer heftiger und heftiger und der Schmerz wurde immer größer Er geriet in Raserei und stürzte sich brüllend auf das Fass bis man dem armen Tiere den Gegenstand seiner ohnmächtigen Wut entriss Es kam auch vor, daß man zwei Bären vor einen Wagen spannte in den man einige Gäste, ob sie wollten oder nicht, hineinsetzte und sie dann aufs freie Feld laufen ließ Aber als bester Spaß galt bei Kirilla Petrovich folgendes Man sperrte einen hungrigen Bären in ein leeres Zimmer und band ihn mit einem Strick an einen in die Mauer eingelassenen Ring Der Strick war fast so lang wie das Zimmer so daß man nur in einer Ecke vor dem Überfall des gefährlichen Tieres geschützt war Gewöhnlich brachte man einen Neuling vor die Tür dieses Zimmers stieß ihn unvermutet zum Bären hinein schloss die Tür und ließ das unglückliche Opfer mit dem zottigen Einsiedler allein Der arme Gast fand, nachdem ihm schon ein Rockschuss abgerissen und eine Hand zerkratzt war bald die sichere Ecke musste aber manchmal ganze drei Stunden lang an die Wand gedrückt stehen und zusehen, wie das wütende Tier zwei Schritte vor ihm herumsprang sich auf die Hinterbeine stellte, brüllte und sich aus aller Kraft bemühte, die Ecke zu erreichen Solcher Art waren die edlen Vergnügungen des russischen Landedelmanns Einige Tage nach der Ankunft des Lehrers erinnerte sich Troje Kurov seiner und fasste den Gedanken, ihn mit dem Bärenzimmer zu traktieren Zu diesem Zweck ließ er ihn eines Morgens rufen und führte ihn durch einen dunklen Korridor Plötzlich öffnete sich eine Seitentür Zwei Diener stießen den Franzosen hinein und schlossen die Tür hinter ihm ab Als der Lehrer zu sich gekommen war, erblickte er den Bären Das Tier schnaufte, beschnüffelte aus der Ferne den Gast stellte sich plötzlich auf die Hinterbeine und ging auf ihn los Der Franzose erschrak nicht, lief nicht davon und erwartete den Angriff Der Bär kam näher, Deforsch holte eine kleine Pistole aus der Tasche legte sie dem hungrigen Tier ans Ohr und drückte ab Der Bär fiel hin Alle liefen zusammen, die Tür ging auf Kirilla Petrovich trat ins Zimmer, erstaunt den Ausgang seines Scherzes Kirilla Petrovich wollte unbedingt Aufklärungen über diesen Fall haben Wer hatte Deforsch vor diesem Scherz, der ihm zugedacht war, gewarnt? Und zu welchem Zweck trug er eine geladene Pistole bei sich? Er ließ Mascha rufen Mascha eilte herbei und übersetzte dem Franzosen die Fragen ihres Vaters Ich habe vom Bären vorher nichts gehört, antwortete Deforsch, aber ich trage immer Pistolen bei mir, weil ich nicht die Absicht habe, Beleidigungen hinzunehmen, für die ich infolge meiner Stellung keine Genugtuung fordern kann Mascha sah ihm erstaunt an und übersetzte seine Worte ihrem Vater Kirilla Petrovich antwortete nichts, ließ nur den Bären hinausschleppen und ihm das Fell abziehen Dann wandte er sich an seine Leute und sagte Welch ein tapferer Bursche, er hat sich nicht gefürchtet bei Gott, er hat sich nicht gefürchtet Von nun an gewann er Deforsch lieb und dachte nicht mehr daran, ihn auf die Probe zu stellen Aber dieser Vorfall machte einen noch größeren Eindruck auf Maria Kirillowna Ihre Fantasie war mächtig erregt Sie hatte den toten Bären und Deforsch gesehen, der ruhig vor ihm stand und ruhig mit ihr sprach Sie hatte gesehen, dass Tapferkeit und stolzes Selbstbewusstsein nicht einem einzigen Stande eigen sind Und hatte von nun an vor dem jungen Lehrer Achtung, die von Tag zu Tag stieg Unter ihnen stellten sich gewisse Beziehungen ein Mascha hatte eine herrliche Stimme und große musikalische Begabung Deforsch erbot sich, ihr Musikunterricht zu geben Nach alledem wird der Leser leicht erraten, dass Mascha sich in ihn verliebte Ohne es sich noch selbst einzugestehen Ende von Kapitel 8 Kapitel 9 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Die Gäste kamen schon am Vorabend des Festes nach Prokowskoje Die einen stiegen im Herrenhause und in dessen Seitenflügeln ab Die anderen beim Verwalter, andere wiederum beim Geistlichen und bei den bemittelten Bauern Die Ställe waren angefüllt mit Pferden, die Höfe und Schuppen mit den verschiedensten Equipagen Um 9 Uhr früh läutete man zur Messe und alle bewegten sich im Zuge zu der neuen steinernen Kirche Die Kirilla Petrovic erbaut hatte und die er alljährlich auf eigene Kosten ausschmückte Es hatte sich eine solche Menge von Ehrengästen versammelt Dass die einfachen Bauern keinen Platz in der Kirche fanden Und sich vor der Kirchentür und auf dem Hofe aufstellen mussten Die Messe hatte noch nicht begonnen Man wartete auf Kirilla Petrovic Endlich kam er in einem mit sechs Pferden bespannten Wagen an Und nahm feierlich, von Maria Kirilovna begleitet, den für ihn bestimmten Platz ein Die Blicke aller Männer und Frauen richteten sich auf seine Tochter Die Ersteren bewunderten ihre Schönheit Die Letzteren betrachteten aufmerksam ihre Toilette Die Messe begann Die leibeigenen Künstler sangen im Chor Kirilla Petrovic sang mit Betete, ohne nach rechts und links zu schauen Und verbeugte sich mit stolzer Demut bis zur Erde Als der Diakon laut den Stifter dieses Tempels erwähnte Der Gottesdienst war zu Ende Kirilla Petrovic näherte sich als erster dem Priester Um das Kreuz zu küssen Alle schlossen sich ihm an Die Nachbarn gingen auf ihn zu Um ihn in ihrer Hochachtung zu bezeugen Während die Damen Mascher umringten Kirilla Petrovic lud beim Verlassen der Kirche Alle zum Mittagessen ein, stieg in seine Ekipage und fuhr nach Hause Alle folgten ihm Die Zimmer füllten sich mit Gästen Jeden Augenblick traten neue Personen ein Die sich nur mit Mühe den Weg zum Hausherrn zu bahnen vermochten Die Damen saßen in altmodischen, abgetragenen, doch teuren Toiletten Alle mit Perlen und Brillanten geschmückt Sitzsam in einem Halbkreise da Die Herren drängten sich um den Kaviar und Schnaps Und unterhielten sich sehr laut Im Saale wurde der Tisch für 80 Personen gedeckt Die Diener eilten geschäftig hin und her Verteilten Flaschen und Gläser auf dem Tische Und brachten die Gedecke in Ordnung Endlich verkündete der Haushofmeister Das Essen ist serviert Und Kirilla Petrovic begab sich als erster auf seinen Platz Ihm folgten die Damen Die feierlich unter Beobachtung einer gewissen Rangordnung Die Plätze einnahmen Die jungen Mädchen drängten sich wie eine Herde junger Zicklein Und setzten sich schließlich alle nebeneinander Ihnen gegenüber nahmen die Männer Platz Am äußersten Ende des Tisches saß der Lehrer mit dem kleinen Sascha Die Diener servierten die Platten nach dem Range der Gäste Indem sie sich in Zweifelsfällen von den lavaterschen Hypothesen leiten ließen Und täuschten sich dabei fast nie Das Klappern der Teller und Klüren der Löffel Vermengte sich mit dem lauten Stimmengewirr der Gäste Kirilla Petrovic ließ seine Blicke vergnügt über die ganze Tafelrunde schweifen Und genoss die Freude des Gastgebers in vollen Zügen In diesem Augenblick fuhr ein von sechs Pferden gezogener Wagen in den Hof Wer ist das? fragte der Hausherr Anton Pavnutic, antworteten mehrere zugleich Die Tür ging auf Und Anton Pavnutic Spizin, ein wohlbeleibter Mann von fünfzig Jahren Mit rundem, pockennarbigem Gesicht und dreifachem Kinn wälzte sich in den Saal Grüßend, lächelnd und schon Entschuldigungen stammelnd Ein Gedeck her! schrie Kirilla Petrovic Willkommen Anton Pavnutic Setz dich her und erzähl uns, was das zu bedeuten hat Du bist gar nicht bei der Messe gewesen Und kommst auch zum Essen zu spät Das sieht dir gar nicht ähnlich Du bist gottesfürchtig und liebst auch zu essen Verzeihung, antwortete Anton Pavnutic Indem er die Serviette im Knopfloch seines erbsenfarbigen Rockes befestigte Verzeihung, Väterchen Kirilla Petrovic Ich habe mich rechtzeitig auf den Weg gemacht War aber kaum zehn Verst gefahren Als plötzlich das Eisen an dem einen Vorderrade zersprang Was sollte ich machen? Zum Glück war es nicht weit von einem Dorfe Bis wir hinkamen, einen Schmied aufsuchten Und die Sache in Ordnung brachten Vergingen drei Stunden Es war nichts zu machen Den nächsten Weg durch den Wald von Kistenjowka zu fahren Wagte ich nicht und machte darum einen Umweg He he, rief Kirilla Petrovic Du scheinst nicht von den Tapferen zu sein Vor wem fürchtest du dich? Vor wem ich mich fürchte, Väterchen Kirilla Petrovic Natürlich vor Dubrovski Vielleicht kann man dem in die Tatzen kommen Er ist ein flinker Bursche und lässt niemand ungeschoren Von mir wird er aber gleich zwei Häute abschinden Weshalb diese Auszeichnung? Wie, weshalb, Väterchen Kirilla Petrovic Und der Prozess des verstorbenen Andrei Gavrilovic Habe ich denn nicht zu ihrem Gefallen Das heißt nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt Dass die Dubrovskis gar kein Recht auf Kistenjowka haben Und auf dem Gute von ihnen nur geduldet werden? Der Verstorbene, Gott hab ihn selig Versprach es mir heimzuzahlen Und der Sohn wird jetzt vielleicht das Versprechen des Vaters einlösen Bisher war mir Gott gnädig Nur einen einzigen Speicher haben sie mir geplündert Aber wie leicht kann auch das Herrenhaus an die Reihe kommen Im Herrenhause werden die Räuber, meine ich Schon manches finden, bemerkte Kirilla Petrovic Die rote Schatulle ist wohl bis an den Rand voll Ach, Väterchen, sie war einmal voll, jetzt ist sie leer Du schwindelst, Anton Bavnutic Wir kennen dich Gibst du denn je Geld aus? Du lebst zu Hause wie ein Schwein Empfängst niemals Gäste Beutest deine Bauern aus Sparst also Geld und nichts weiter Sie belieben immer zu scherzen, Väterchen Kirilla Petrovic Murmelte Anton Bavnutic mit einem Lächeln Ich bin bei Gott an den Bettelstab gekommen Und Anton Bavnutic nahm ein fettes Stück Fleischkuchen Um damit den Scherz des Hausherrn herunterzuschlucken Kirilla Petrovic ließ ihnen Ruhe Und wandte sich an den neuen Ispravnik Der zum ersten Mal bei ihm zu Gast war Und am anderen Tischende neben dem Lehrer saß Nun, Herr Ispravnik Werden Sie bald den Dubrovski fangen? Der Ispravnik erschrak, verbeugte sich Lächelte, stotterte und sagte endlich Wir werden uns Mühe geben, Exzellenz Hm, wir werden uns Mühe geben Ihr gebt euch schon lange Mühe Doch sieht man noch keinen Erfolg davon Allerdings, warum soll man ihn auch fangen? Die Räubereien Dubrovskys sind ein wahrer Segen für die Ispravniks Immerfort Dienstreisen, Untersuchungen, Reisegelder Und das Geld bleibt in der Tasche Warum soll man auch einem solchen Wohltäter den Garaus machen? Nicht, Herr Ispravnik? Exzellenz haben vollkommen recht Antwortete der Ispravnik Aufs Höchste verlegen Die Gäste lachten Aufrichtigkeit lobe ich, sagte Kirila Petrovic Offenbar werde ich mich selbst an die Arbeit machen müssen Ohne erst die Hilfe der hiesigen Behörden abzuwarten Schade, dass der frühere Ispravnik Taras Alexejewitsch nicht mehr lebt Hätten Sie ihn nicht verbrannt, so wäre es jetzt in der ganzen Gegend ruhiger Aber was hört man von Dubrovski? Wo hat man ihn zuletzt gesehen? Bei mir, Kirila Petrovic, antwortete mit feiner Stimme eine dicke Frau Am letzten Dienstag aß er bei mir zum Mittag Alle Blicke richteten sich auf Anna Savichna Globova Eine ziemlich einfältige Witwe, die wegen ihres gutmütigen und lustigen Charakters allgemein beliebt war Alle spitzten neugierig die Ohren, um ihren Bericht anzuhören Sie müssen wissen, dass ich vor drei Wochen meinen Verwalter mit einem Briefe an meinen Vanyusha zur Post geschickt habe Ich verwöhne meinen Sohn nicht und kann es mir auch gar nicht leisten, selbst wenn ich es wollte Aber Sie werden selbst wissen, dass ein Garderoffizier anständig leben muss Und so teile ich mit ihm, so gut es geht, meine kargen Einkünfte Ich schickte ihm 2000 Rubel Dubrovski kam mir zwar oft in den Sinn Aber ich dachte mir, die Stadt ist nahe Es sind nur sieben Verst, vielleicht wird Gott helfen Ich sehe, am Abend kommt mein Verwalter zurück, bleich, abgerissen, zu Fuß Ich schrie vor Schreck förmlich auf Was ist das? Was ist geschehen? Er antwortete mir Mütterchen Anna Savishna Räuber haben mich ausgeplündert, haben mich um ein Haar erschlagen Dubrovski war selbst dabei, er wollte mich erhängen lassen Erbarmte sich aber meiner und ließ mich laufen Dafür hat er mir alles abgenommen, auch Pferd und Wagen Ich wurde ganz starr vor Schreck Gott der Gerechte, was soll jetzt mit meinem Wanyusha werden? Es war nichts mehr zu machen Ich schrieb ihm einen zweiten Brief Erzählte darin die ganze Geschichte Und schickte ihm meinen Segen ohne einen heller Geld Es verging eine Woche und noch eine Woche Plötzlich fährt eine Ekipage in meinen Hof Ein General möchte mich sprechen, ich lasse ihn bitten Ein Mann von etwa 35 Jahren, mit braunem Gesicht, schwarzem Haar und Bart Ein treues Abbild von Kulnjow, tritt in mein Zimmer Er stellt sich mir als Freund und Kollege meines verstorbenen Mannes Ivan Andreevich vor Er sei vorübergefahren und habe es sich nicht versagen können Die Witwe seines Freundes aufzusuchen Da er erfahren habe, dass ich in der Nähe wohne Ich traktierte ihn so gut ich konnte Wir sprachen über dieses und jenes Und endlich brachte ich die Rede auf Dubrovski Ich erzählte ihm mein Unglück Der General runzelte die Stirn Es ist sonderbar, sagte er Ich hörte Dubrovski über Falle nicht jeden Sondern nur Leute, die als reich bekannt sind Und auch diese plündere er nicht vollkommen aus Sondern teile mit ihnen ihre Habe Eines Mordes hat ihn aber noch niemand beschuldigt Ist auch kein Schwindel dabei? Lassen Sie mal Ihren Verwalter rufen Man rief den Verwalter, er kam Als er den General erblickte, wurde er ganz blass Erzähl mir mal, Bruder Wie Dubrovski dich beraubt hat Und wie er dich hat aufhängen wollen Mein Verwalter fing zu zittern an Und fiel dem General zu Füßen Väterchen, verzeih mir Der Böse hat mich verführt Ich habe gelogen Wenn sich die Sache so verhält Antwortete der General So erzähle der Gnädigen, wie sich alles zugetragen hat Ich möchte es auch hören Der Verwalter konnte sich noch immer nicht von seinem Schreck erholen Nun, fuhr der General fort Erzähle, wo hast du Dubrovski begegnet? Bei den zwei Fichten, Väterchen, bei den zwei Fichten Nun, was hat er dir gesagt? Er fragte mich, wem gehörst du, wohin fährst du und wozu? Nun, und weiter? Dann verlangte er von mir den Brief Und ich gab ihm den Brief und das Geld Und er? Und er, Väterchen, verzeih Nun, was hat er getan? Er gab mir das Geld und den Brief zurück und sagte Geh mit Gott, trage es auf die Post Nun Väterchen, verzeih Ich werde mit dir noch abrechnen, mein Lieber Sagte der General streng Und Sie, Gnädigste Lassen Sie den Koffer dieses Spitzbuben durchsuchen Und überantworten Sie ihn mir Ich werde ihm schon eine Lektion geben Sie müssen wissen, Dubrovski ist mal selbst gerade Offizier gewesen Und wird einen Kameraden nicht schädigen wollen Ich erriet sofort, wer seine Exzellenz war Was sollte ich noch mit ihm viel reden? Die Kutscher banden meinen Verwalter an den Bock des Wagens Das Geld wurde gefunden Der General aß bei mir zu Mittag Und fuhr dann gleich davon Und nahm den Verwalter mit Meinen Verwalter fand man am anderen Tage im Walde An eine Eiche gebunden Mit zerschundenem Rücken Alle hörten den Bericht Anas Savischnas schweigend an Die jungen Mädchen mit besonderer Aufmerksamkeit Viele von ihnen sympathisierten für Dubrovski Indem sie einen romantischen Helden sahen Aber besonders Maria Kirilowna, die begeisterte Träumerin, die ganz im Banne der Romane der Redcliffe stand Du glaubst also, Anas Savischnas, dass Dubrovski selbst bei dir gewesen ist? Fragte Kirila Petrovich Du hast dich gründlich getäuscht Ich weiß nicht, wer dich besucht hat Dubrovski war es jedenfalls nicht Wie, Väterchen? Das soll nicht Dubrovski sein? Wer wird denn sonst die Reisenden auf der Straße anhalten und durchsuchen? Ich weiß es nicht, aber es war sicher nicht Dubrovski Ich habe ihn als Kind gekannt Ich weiß nicht, ob seine Haare dunkel geworden sind Damals war er ein blonder Krauskopf Aber ich weiß bestimmt, dass Dubrovski fünf Jahre älter ist als meine Mascha Und folglich nicht 35, sondern gegen 23 Jahre alt sein muss Das stimmt, Exzellenz, erklärte der Ispravnik Ich habe das Signalelement Wladimir Dubrovskis in der Tasche Darin heißt es ausdrücklich, dass er 23 Jahre alt ist Aha, sagte Kirila Petrovich Das trifft sich ja gut Lesen Sie uns es vor Wir wollen hören Es kann nicht schaden, sein Signalelement zu kennen Wenn wir ihn mal treffen, wird er nicht so leicht entkommen Der Ispravnik holte ein ziemlich schmieriges Papier aus der Tasche Einfaltete es mit wichtiger Miene und begann in singendem Tone zu lesen Das Signalelement Dubrovskis, zusammengestellt nach den Aussagen seiner früheren Leibeigenen Alter 22 Jahre Wuchs mittel Gesichtsfarbe weiß Bart keiner Augen braun Haare blond Nase gerade Besondere Kennzeichen nicht vorhanden Ist das alles? fragte Kirila Petrovich Ja, das ist alles, antwortete der Ispravnik, das Papier zusammenfaltend Ich gratuliere, Herr Ispravnik Ein vorzügliches Signalelement Es wird Ihnen nicht schwer fallen, danach Dubrovski zu fangen Wer ist denn nicht von mittlerem Wuchs? Wer hat nicht blonde Haare, eine gerade Nase und braune Augen? Ich möchte wetten, man kann drei Stunden lang mit Dubrovski selbst sprechen, ohne zu merken, mit wem man zusammengekommen ist Ja, das muss man sagen Die Gerichtsbeamten sind kluge Köpfe Der Ispravnik steckte das Papier bescheiden in die Tasche und machte sich schweigend an den Gänsebraten mit Kohl Die Diener hatten indessen schon mehrere Runden um den Tisch gemacht und jedem Gast neu eingeschenkt Einige Flaschen inländischen Schaumweines wurden mit lautem Knall entkorkt und von den Gästen wohlwollend als Champagner hingenommen Die Gesichter röteten sich, die Gespräche wurden lauter, unzusammenhängender und lustiger Nein, fuhr Kirilla Petrovich fort Einen solchen Ispravnik, wie es der selige Taras Alexeyevich war, erleben wir nie wieder Der war kein Waschlappen, kein Hansguck in die Luft Schade, dass man den Menschen verbrannt hat Sonst wäre ihm kein einziger von der ganzen Bande entgangen Alle ohne Ausnahme hätte er eingefangen Und auch Dubrovski selbst wäre ihm nicht entkommen So war einmal der Selige Nichts zu machen, jetzt muss ich mich wohl selbst der Sache annehmen Und mit meinen eigenen Leuten gegen die Räuber ziehen Zunächst werde ich zwanzig Mann schicken, damit sie mir den Wald säubern Das sind tapfere Burschen Ein jeder von ihnen nimmt es allein mit einem Bären auf Und wird vor einem Räuber nicht zurückschrecken Wie geht es Ihrem Bären, Väterchen Kirilla Petrovich? Fragte Anton Pavnutic Der sich bei diesen Worten seines totigen Freundes Und einiger Scherze erinnerte Deren Opfer er ein Selbst gewesen war Mischa lebt nicht mehr, antwortete Kirilla Petrovich Er starb den Heldentod vor dem Feinde Da sitzt sein Überwinder Kirilla Petrovich zeigte auf die Forche Du kannst für meinen Franzosen beten Er hat deinen, äh, mit Verlaub zu sagen Gerecht, weißt du es noch? Wie sollte ich es nicht wissen? Versetzte Anton Pavnutic und kratzte sich hinter den Ohren Ich kann mich lebhaft daran erinnern Mischa ist also tot Schade, bei Gott schade Was war das für ein lustiger Kerl Und wie klug Einen solchen Bären findet man nicht wieder Warum hat ihn der Musio umgebracht? Kirilla Petrovich begann mit sichtlichem Vergnügen Von der Heldentat seines Franzosen zu erzählen Denn er halte die glückliche Fähigkeit Mit allem, was ihn umgab, zu prahlen Die Gäste hörten aufmerksam den Bericht vom Tode Mischas an Und blickten mit Bewunderung auf der Forche Der gar nicht ahnte, dass die Rede von ihm war Er saß ruhig auf seinem Platze Und machte seinem munteren Zögling moralische Bemerkungen Das Mittagessen, das an die drei Stunden gedauert hatte, war zu Ende Der Hausherr legte seine Serviette auf den Tisch Alle erhoben sich und gingen ins Gästezimmer, um Kaffee zu trinken Karten zu spielen Und das im Saal so ruhmreich begonnene Zechgelage fortzusetzen Ende von Kapitel 9 Kapitel 10 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Pushkin Zehntes Kapitel Gegen sieben Uhr abends wollten einige Gäste aufbrechen Aber der Hausherr, den der Punsch in die heiterste Stimmung versetzt hatte Lies das Tor zusperren und erklärte, dass er bis zum nächsten Morgen Niemanden herauslassen werde Bald ertönte Musik Die Saaltür wurde geöffnet und der Ball nahm seinen Anfang Der Hausherr saß mit seinen nächsten Freunden in einer Ecke Leerte Glas auf Glas und erfreute sich an der Lustigkeit der Jugend Die alten Damen spielten Karten Kavaliere gab es hier, wie überall, wo nicht ein Ulanen-Regiment im Quartier liegt Viel weniger als Damen Alle Männer, die einigermaßen zum Tanzen taugten, waren herangezogen worden Der Lehrer zeichnete sich vor allen aus Er tanzte mehr als alle Alle jungen Damen wählten ihn und fanden, dass man mit ihm herrlich Walzer tanzen konnte Er tanzte auch einige Runden mit Maria Kirilowna Und die anderen jungen Mädchen beobachteten das Paar mit spöttischen Blicken Endlich gegen Mitternacht erklärte der müde Hausherr den Ball für beendet Lies das Souper auftragen und begab sich zur Ruhe In der Abwesenheit Kirila Petrovic fühlte sich die ganze Gesellschaft ungezwungener und freier Die Herren wagten sich neben die Damen zu setzen Die jungen Mädchen lachten und tuschelten mit ihren Kavalieren Die Damen unterhielten sich laut über den Tisch hinüber Die Männer tranken, disputierten und lachten mit einem Worte Das Souper war äußerst lustig und hinterließ viele angenehme Erinnerungen Nur ein Gast beteiligte sich nicht an der allgemeinen Fröhlichkeit Anton Pavnutic saß finster und schweigsam auf seinem Platz Aß zerstreut und schien äußerst unruhig Die Gespräche von den Räubern hatten seine Fantasie mächtig erregt Wir werden gleich sehen, dass er allen Grund hatte, sie zu fürchten Als Anton Pavnutic Gott zum Zeugen dafür anrief, dass seine rote Schatulle leer sei Hatte er nicht gelogen und keine Sünde begangen Die rote Schatulle war tatsächlich leer Das Geld, das er in ihr einst verwahrt hatte, lag jetzt in einem ledernen Beutel, den er auf seiner Brust unter dem Hemde trug Nur durch diese Vorsichtsmaßriegel beruhigte er sein Misstrauen gegen alle und seine ewige Angst Da er nun gezwungen war, in einem fremden Hause zu nächtigen, fürchtete er, in einem entlegenen Zimmer untergebracht zu werden Wo ihn leicht die Diebe überfallen könnten Er suchte mit den Blicken nach einem zuverlässigen Schlafgenossen und wählte schließlich der Forch Sein Äußeres, das von Kraft zeugte, und noch mehr der Mut, den er beim Zusammentreffen mit dem Bären bewiesen hatte, bestimmten diese Wahl Als alle sich von der Tafel erhoben hatten, ging Anton Pavnutic immer um den jungen Franzosen herum, räusperte sich und hüstelte und wandte sich an ihn schließlich mit den Worten Hm, hm, Monsieur, kann ich nicht in Ihrem Zimmer übernachten, denn siehst du Que desire, Monsieur, fragte de Forch mit einer höflichen Verbeugung Ach, dieses Pech! Monsieur, hast du noch nicht Russisch gelernt? Je veux, moi je veux coucher, verstehst du es? Monsieur, très volontiers, antwortete der Franzose Veilleux donner des ordres en conséquence Anton Pavnutic, entzückt über seine französischen Kenntnisse, ging hinaus, um die nötigen Anordnungen zu treffen Die Gäste wünschten einander gute Nacht, und jeder begab sich in das ihm zugewiesene Zimmer Anton Pavnutic ging mit dem Lehrer ins Seitengebäude Die Nacht war stockfinster De Forch leuchtete mit einer Laterne voraus Anton Pavnutic folgte ihm ziemlich mutig, und drückte dabei ab und zu den Beutel an die Brust, um sich zu überzeugen, dass das Geld noch bei ihm sei Im Seitengebäude angelangt, zündete der Lehrer eine Kerze an, und beide entkleideten sich Anton Pavnutic ging indessen im Zimmer auf und ab, untersuchte die Schlösser und die Fenster und schüttelte über den wenig tröstlichen Befund den Kopf An der Türe gab es nur einen Riegel, und die Fenster hatten noch keine Doppelrahmen Er versuchte sich darüber, beide Forch zu beklagen, aber seine französischen Kenntnisse waren für eine so komplizierte Auseinandersetzung zu ungenügend Der Franzose verstand ihn nicht, und Anton Pavnutic musste mit seinen Klagen aufhören Ihre Betten standen einander gegenüber, beide legten sich hin, und der Lehrer blies die Kerze aus »Pourquoi vous lâchez?« »Pourquoi vous lâchez?« rief Anton Pavnutic Das Zeitwort »löschen«, so gut es ging, auf französische Art konjugierend »Ich kann nicht dormir im Dunkeln« Der Forch verstand ihn nicht und wünschte ihm gute Nacht »Der verdammte Heide«, brummte Spitzin, und hüllte sich in die Decke »Was brauchte er, die Kerze auszulöschen?« »Das wird er selbst büßen, ich kann nicht ohne Licht schlafen« »Monsieur, monsieur«, fuhr er fort »Je veux avec vous parle« Aber der Franzose antwortete nicht und fing gleich darauf zu schnarchen an »Wie erschnarcht, der gemeine Franzose«, dachte sich Anton Pavnutic »Und ich kann ans Einschlafen nicht einmal denken« »Ehe man sich's versieht, kommen die Diebe durch die offene Türe oder steigen zum Fenster herein« »Aber diese Bestie kann man nicht mal mit einem Kanonenschuß wecken« »Mussje, hey, Mussje, hol dich der Teufel« Anton Pavnutic verstummte, die Müdigkeit und die Weindämpfe überwältigten endlich seine Furcht, ihn befiel ein Schlummer, und bald lag er im festen Schlafe Ihn erwartete ein seltsames Erwachen Er fühlte im Schlafe, dass ihn jemand am Hemdkragen zupfte Anton Pavnutic schlug die Augen auf und sah im bleichen Dämmerlichte des Herbstmorgens Vorsicht bevorstehen Der Franzose hielt in der einen Hand eine Taschenpistole und löste mit der anderen den Geheimbeutel von der Schnur »Qu'est-ce que c'est, Mussje, qu'est-ce que c'est?«, fragte er mit zitternder Stimme »Still, schweigen Sie«, antwortete der Lehrer im reinsten Russisch »Mund halten, oder Sie sind des Todes. Ich bin Dubrovski« Ende von Kapitel 10 Kapitel 11 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin Elftes Kapitel Jetzt bitten wir den Leser um Erlaubnis, die letzten Ereignisse der Erzählung durch vorhergehende Umstände erläutern zu dürfen, die wir zu Schildern versäumten. Auf der Station Sternchen Sternchen im Hause des Stationsaufsehers, den wir bereits einmal erwähnt haben, saß in der Ecke ein Reisender, dessen geduldiges und bescheidenes Wesen auf eine nichtbeamtete Person oder einen Ausländer hinwies, also auf einen Menschen, der auf den Poststationen nichts zu sagen hat. Sein Wagen stand auf dem Hofe und sollte geschmiert werden. In ihm lag ein kleines Köfferchen, gleichfalls ein Beweis für die bescheidenen Verhältnisse des Reisenden. Der Fremde verlangte weder Tee noch Kaffee, sah zum Fenster hinaus und pfiff zum großen Missvergnügen der Frau des Stationsaufsehers, die hinter dem Verschlag saß. »Da hat uns Gott einen Pfeifer zugeschickt«, schimpfte sie leise. »Wie der pfeift, möge er zerspringen, der verdammte Heide!« »Warum?« sagte der Stationsaufseher. »Als ob's ein Unglück wäre. Soll er nur pfeifen?« »Was es für ein Unglück ist«, entgegnete die Gattin wütend, »weißt du denn nicht, was das für eine Vorbedeutung hat?« »Eine Vorbedeutung? Dass das Pfeifen das Geld aus dem Hause lockt?« »Ach, Pakomowna, bei uns kann man pfeifen, soviel man will, es ist doch kein Pfannik im Hause.« »Lass ihn doch fahren, Sidoritsch. Was für ein Vergnügen ist, den Kerl hier zu haben. Gib ihm Pferde, und er mag zum Teufel gehen.« »Er kann warten, Pakomowna. Im Stalle habe ich nur drei Troikas stehen, eine vierte ruht aus. Jeden Augenblick kann ein anständiger Reisender kommen. Ich will nicht meinen Kopf für den Franzosen riskieren.« »So, da haben wir's. Jemand kommt gefahren. Und wie schnell? Ist es am Ende ein General?« Der Wagen fiel vor dem Hause. Ein Diener sprang vom Bock und öffnete den Schlag. Und gleich darauf trat ein junger Mann in Offiziersmantel und weißer Mütze ins Stationsgebäude. Der Diener kam mit einer Schatulle herein und stellte sie aufs Fensterbrett. »Pferde!« rief der Offizier im befehlenden Tone. »Sofort«, antwortete der Stationsaufseher, »ich bitte um die Reiseordre.« »Ich habe keine Reiseordre. Ich fahre aufs Land. Erkennst du mich denn nicht?« Der Stationsaufseher tat sehr geschäftig und erlte hinaus, um die Kutscher zur Eile anzutreiben. Der junge Mann ging im Zimmer auf und ab, kam hinter den Verschlag und fragte leise die Frau des Stationsaufsehers, »Wer ist der Fremde?« »Gott weiß«, sagte die Frau, »irgendein Franzose. Seit fünf Stunden wartet er auf Pferde und pfeift. Ich habe ihn schon satt, den Verdammten.« Der junge Mann sprach den Fremden auf Französisch an. »Wohin reisen Sie?« fragte er ihn. »In die nächste Stadt«, antwortete der Franzose, »und von dort fahre ich zu einem Gutsbesitzer, der mich, ohne mich zu kennen, als Lehrer engagiert hat.« »Ich hoffte bereits heute dort zu sein, aber der Herr Stationsaufseher scheint anderes beschlossen zu haben.« »In diesem Lande ist es sehr schwer, Postpferde zu bekommen, Herr Offizier.« »Und bei welchem von den hiesigen Gutsbesitzern sind Sie engagiert?« fragte der Offizier. »Bei Herrn Trojekurov«, antwortete der Franzose. »Bei Trojekurov? Was ist das für ein Trojekurov?« Mach vor, Michel, ich habe von ihm wenig Gutes gehört. Man sagt, er sei ein hochmütiger und launischer Herr, grausam in der Behandlung seiner Hausgenossen, niemand könne mit ihm auskommen, alle zitterten vor ihm, und selbst mit den Lehrern, »Aveglis Uchitiel«, machte er nicht viel Federleses und habe schon zwei zu Tode geprügelt.« »Mein Gott! Und Sie haben sich entschlossen, in den Dienst eines solchen Ungeheuers zu treten?« »Was soll ich machen, Herr Offizier? Er bietet mir ein gutes Gehalt von Dreitausend Rubel jährlich und freie Station. Vielleicht habe ich bei ihm mehr Glück als die anderen.« »Ich habe eine alte Mutter. Die Hälfte des Gehalts schicke ich ihr zum Leben, von dem Rest kann ich mir im Laufe von fünf Jahren ein kleines Kapital zusammensparen, das mir in der Zukunft meine Unabhängigkeit sichert. Dann, bonsoir, gehe ich nach Paris und versuche es mit einem Handelsunternehmen.« »Kennst Sie jemand im Hause Trojekurovs?«, fragte er. »Nein, niemand«, antwortete der Lehrer. »Mich hatte er aus Moskau durch einen seiner Freunde kommen lassen, dessen Koch mein Landsmann ist, und dieser hat mich empfohlen. Sie müssen wissen, dass ich gar nicht die Absicht hatte, Lehrer zu werden, sondern Konditor werden wollte, aber man sagte mir, dass in Ihrem Lande der Beruf eines Lehrers weit vorteilhafter sei.« Der Offizier wurde nachdenklich. »Hören Sie mal«, unterbrach er dem Franzosen, »was würden Sie sagen, wenn man Ihnen statt dieser Zukunft sofort zehntausend Rubel in bar anbieten würde, unter der Bedingung? Dass Sie sofort nach Paris zurückresen.« Der Franzose sah den Offizier erstaunt an, lächelte und schüttelte den Kopf. »Die Pferde sind angespannt«, meldete der Stationsaufseher ins Zimmer tretend. Der Diener bestätigte es. »Sofort«, antwortete der Offizier, »geht mal für einen Blick hinaus.« Der Stationsaufseher und der Diener entfernten sich. »Ich scherze nicht«, fuhr er französisch fort. »Die zehntausend Rubel kann ich Ihnen geben. Ich verlange nur, dass Sie sich aus dem Staube machen und mir Ihre Papiere geben.« Mit diesen Worten öffnete er die Schatulle und holte einige Päckchen Banknoten heraus. Der Franzose machte große Augen. Er wusste gar nicht, was er sich denken sollte. »Dass ich mich aus dem Staube mache? Meine Papiere?« Wiederholte er erstaunt. »Hier sind meine Papiere. Aber Sie scherzen doch. Was brauchen Sie, meine Papiere?« »Das ist nicht Ihre Sache. Ich frage Sie, sind Sie einverstanden oder nicht?« Der Franzose, der seinen Ohren immer noch nicht traute, reichte seine Papiere dem jungen Offizier, der sie schnell durchsah. »Ihr Paß?« »Gut. Ein Empfehlungsbrief? Wir wollen mal sehen. Der Geburtsschein? Ausgezeichnet. Hier haben Sie also das Geld und reisen Sie zurück. Nehmen Sie wohl.« Der Franzose stand wie angewurzelt da. Der Offizier kam zurück. »Ich hatte das Wichtigste vergessen. Geben Sie nur Ihr Ehrenwort, dass das alles unter uns bleibt. Ihr Ehrenwort. Mein Ehrenwort,« antwortete der Franzose, »aber meine Papiere? Was fange ich ohne sie an? Melden Sie in der nächsten Stadt, dass Sie von Dubrovski ausgeraubt worden seien. Man wird es Ihnen glauben und Ihnen die nötigen Ausweispapiere geben. Leben Sie wohl. Gebe Gott, dass Sie bald nach Paris kommen und Ihre Mutter beim besten Wohlsein antreffen.« Dubrovski verließ das Zimmer, setzte sich in seinen Wagen und fuhr davon. Der Stationsaufseher sah zum Fenster hinaus und wandte sich, als der Wagen schon fortgefahren war, an seine Frau mit dem Ausrufe, »Pachomowna, weißt du, wer es war? Es war Dubrovski.« Die Frau stürzte zum Fenster, aber es war zu spät. Dubrovski war schon verschwunden. Nun fing sie an, ihren Mann zu schelten. »Du fürchtest wohl Gott nicht, Sidoritsch. Warum hast du es mir nicht früher gesagt? Dann hätte ich den Dubrovski wenigstens gesehen. Jetzt kann ich aber lange warten, bis er wiederkommt. Du hast wirklich kein Gewissen im Leibe.« Der Franzose stand noch immer wie angewurzelt da. Die Abmachung mit dem Offizier, das Geld, alles erschien ihm wie ein Traum. Aber die vielen Banknoten lagen in seiner Tasche und bestätigten ihm greifbar, dass das seltsame Ereignis keine Einbildung war. Er entschloss sich, Pferde bis zur Stadt zu nehmen. Der Kutscher fuhr ihn im Schritt und erreichte erst spät am Abend die Stadt. Kurz vor der Stadtgrenze, wo statt eines Wachtpostes ein halb verfallenes Schilderhäuschen stand, ließ der Franzose halten, stieg aus und ging zu Fuß weiter. Dem Kutscher erklärte er durch Zeichen, dass er ihm den Wagen und den Koffer als Trinkgeld schenke. Der Kutscher war durch diese Freigebigkeit ebenso erstaunt, wie der Franzose selbst über das Angebot Dubrovskis. Er schloss daraus, dass der Ausländer wohl verrückt geworden sei und bedankte sich mit einer tiefen Verbeugung. Er hielt es für das Beste, nicht in die Stadt zu fahren, sondern begab sich in ein ihm bekanntes Vergnügungslokal, dessen Besitzer sein Freund war. Dort verbrachte er die ganze Nacht und kehrte am nächsten Morgen mit den drei Pferden, doch ohne Wagen und Koffer, mit geschwollenem Gesicht und roten Augen, heim. Nachdem sich Dubrovski auf diese Weise in den Besitz der Papiere des Franzosen gesetzt hatte, meldete er sich ohne Bedenken bei Treue Kurov und bekam, wie wir schon sahen, die Stelle in seinem Hause. Was für geheime Absichten er dabei auch hatte, wir werden sie später erfahren. Er regte sein Benehmen nicht den geringsten Verdacht. Allerdings beschäftigte er sich nur wenig mit der Erziehung des kleinen Sascha. Er ließ ihm volle Freiheit und bestrafte ihn nie für das Nichtvorbereiten der Lektionen, die er ihm nur pro forma aufgab. Mit umso größerem Eifer überwachte er die musikalischen Fortschritte seiner Schülerin und verbrachte ganze Stunden neben ihr am Klavier. Alle liebten den jungen Lehrer. Kirilla Petrovich wegen seiner Kühnheit und Geschicklichkeit bei der Jagd, Maria Kirillowna wegen seines seltenen Eifers und seiner sklavischen Aufmerksamkeit, Sascha wegen seiner Nachricht gegen seine Streiche, die Dienstboten wegen seiner Güte und Freigiebigkeit, die in gar keinem Verhältnis zu seinem Vermögen zu stehen schien. Er selbst schien an der ganzen Familie zu hängen und sich schon als ein Mitglied derselben zu betrachten. Zwischen seinem Eintritt in den Lehrerberuf und dem denkwürdigen Feste war mehr als ein Monat vergangen und kein Mensch ahnte, dass der bescheidene junge Franzose niemand anders sei als der schreckliche Räuber, dessen bloßer Name allen Gutsbesitzern in der Gegend Angst machte. Während dieser ganzen Zeit hatte Dubrovsky Pokrovskoye nicht verlassen, aber die Gerüchte von seinen Heldentaten wollten dank der lebhaften Fantasie der Landbewohner nicht verstummen. Es war aber auch möglich, dass seine Bande in Abwesenheit des Anführers ihre Tätigkeit fortsetzte. Als er im gleichen Zimmer mit einem Menschen, den er für seinen persönlichen Feind und einen der Haupturheber seines Elends halten durfte, nächtigen sollte, konnte Dubrovsky der Versuchung nicht widerstehen. Er wusste vom Vorhandensein des Beutels und beschloss, sich seiner zu bemächtigen. Wir sahen schon, welchen Eindruck seine plötzliche Verwandlung aus einem Lehrer in einen Räuber auf den armen Anton Pavnutic machte. Ende von Kapitel 11 Kapitel 12 von Dubrovsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovsky von Alexander Puschkin Zwölftes Kapitel Um neun Uhr früh versammelten sich alle Gäste, die in Pokowskoje übernachtet hatten, einer nach dem anderen im Gastzimmer, wo schon der Samovar kochte, vor dem Maria Kirilowna in ihrem Morgenkleide saß, während Kirilla Petrovic in einem Flausrock und Hausschuhen den Tee aus seiner großen Tasse, die an einen Spülnapf erinnerte, schlürfte. Als letzter erschien Anton Pavnutic. Er war so blass und schien so erregt, dass sein Aussehen allen auffiel und Kirilla Petrovic sich nach seinem Befinden erkundigte. Spicin gab ganz unsinnige Antworten und blickte entsetzt auf den Lehrer, der so ruhig dabei saß, als wäre nichts passiert. Nach einigen Minuten kam ein Diener und meldete Spicin, dass sein Wagen angespannt sei. Anton Pavnutic empfahl sich eilig, verließ das Zimmer und fuhr sofort ab. Die Gäste und der Hausherr konnten nicht verstehen, was mit ihm los war und Kirilla Petrovic meinte, er hätte sich überessen. Nach dem Tee und dem Abschiedsfrühstück empfahlen sich auch die übrigen Gäste. Pokrovskoje lag wieder einsam da und alles ging seinen gewohnten Gang. Es vergingen einige Tage, ohne dass sich etwas Bemerkenswertes ereignet hätte. Das Leben der Bewohner von Pokrovskoje war eintönig. Kirilla Petrovic ritt täglich auf die Jagd, Lektüre, Spaziergänge und Musikstunden beschäftigten Maria Kirilovna, die letzteren ganz besonders. Sie hatte angefangen, die Stimme ihres eigenen Herzens zu verstehen und gestand sich mit unwillkürlichem Ärger, dass es gegen die Vorzüge des Franzosen nicht gleichgültig war. Er seinerseits überschritt niemals die Grenzen der Höflichkeit und des strengen Anstandes und beschwichtigte damit ihren Stolz und ihre ängstlichen Bedenken. Sie gab sich immer vertrauensvoller der ihr zu einem Bedürfnis gewordenen Gesellschaft des Franzosen hin. Sie langweilte sich ohne de Forge. In seiner Gegenwart beschäftigte sie sich unausgesetzt mit ihm, wollte seine Meinung über alle Dinge hören und stimmte mit ihm immer überein. Vielleicht war sie noch nicht verliebt, aber bei dem ersten zufälligen Hindernis oder einem unerwarteten Schicksalsschlag musste das Feuer der Leidenschaft in ihrem Herzen emporludern. Als Maria Kirilowna eines Tages in den Saal trat, wo der Lehrer sie erwartete, bemerkte sie mit erstaunend den Ausdruck von Verlegenheit auf seinem blassen Gesicht. Sie machte das Klavier auf und sang einige Noten, aber Dubrovsky schützte Kopfweh vor, entschuldigte sich, unterbrach die Stunde und steckte ihr, während er die Noten zuklappte, heimlich ein Billett zu. Maria Kirilowna nahm es, ohne sich zu überlegen, an, bereute es aber schon im nächsten Augenblick, doch Dubrovsky war nicht mehr im Saal. Maria Kirilowna ging auf ihr Zimmer, entfaltete das Billett und las Folgendes, »Seien Sie heute Abend um sieben Uhr in der Laube beim Bach, ich muss Sie sprechen.« Ihre Neugier war lebhaft erregt. Sie hatte schon seit langem ein Geständnis erwartet, hatte es gewünscht und zugleich gefürchtet. Es wäre ihr angenehm, die Bestätigung dessen zu hören, was sie dunkel ahnte, aber sie fühlte, dass es sich für sie gar nicht ziemte, ein solches Geständnis von einem Menschen zu hören, der infolge seiner Stellung niemals hoffen durfte, ihre Hand zu erhalten. Sie entschloss sich, zum Stelldiche einzugehen, hatte aber noch ein Bedenken. Wie sollte sie das Geständnis des Lehrers hinnehmen, mit aristokratischer Entrüstung, mit dem Appell auf seine Freundschaft, mit einem lustigen Scherz oder mit schnummer Teilnahme? Indessen sah sie fortwährend nach der Uhr. Es dämmerte, man zündete die Kerzen an, Kirilla Petrovich setzte sich mit einigen Gästen an den Kartentisch, um Boston zu spielen, die Esszimmeruhr schlug drei Viertel sieben. Maria Kirilowna trat leise auf die Treppe hinaus, sah sich nach allen Seiten um und lief in den Garten. Der Abend war dunkel, der Himmel bedeckt, zwei Schritte vor sich konnte man nicht sehen, aber Maria Kirilowna eilte in der Dunkelheit, auf den ihr wohlbekannten Gartenwegen und war schon nach einer Minute vor der Laube. Hier blieb sie stehen und holte Atem, um mit gleichgültiger Miene und nicht überhastet vor de Forge zu erscheinen. Aber de Forge stand schon vor ihr. Ich danke Ihnen, sagte er mit leiser und trauriger Stimme, dass Sie mir meine Bitte nicht abgeschlagen haben. Ich müsste verzweifeln, wenn Sie nicht gekommen wären. Maria Kirilowna antwortete mit einer Phrase, die sie schon vorher vorbereitet hatte. Ich hoffe, Sie werden mich nicht zwingen, mein Entgegenkommen zu bereuen. Er schwieg und schien nach Fassung zu ringen. Die Umstände verlangen es. Ich muss Sie bald verlassen, sagte er endlich. Sie werden vielleicht bald etwas hören, doch vor der Trennung muss ich mich aussprechen. Maria Kirilowna antwortete nichts. In diesen Worten sah sie eine Einleitung zu der erwarteten Erklärung. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten, fuhr er mit gesenktem Haube fort. Ich bin nicht der Franzose de Forge. Ich bin Dubrovski. Maria Kirilowna schrie auf. Fürchten Sie sich nicht, um Gottes Willen. Sie dürfen meinen Namen nicht fürchten. Ja, ich bin jener Unglückliche, dem Ihr Vater das letzte Stück Brot genommen, den er aus dem Vaterhause vertrieben und als Räuber auf die Landstraße geschickt hat. Aber Sie sollen weder für sich selbst noch für ihn fürchten. Alles ist zu Ende. Ich habe ihm vergeben. Hören Sie, Sie haben ihn gerettet. Meine erste Bluttat sollte ihm gelten. Ich umschlich sein Haus, um die Stelle zu wählen, wo die Feuersbrunst aufflammen sollte. Ich überlegte mir, auf welchem Wege ich in sein Schlafzimmer eindringen, wie ich ihm alle Möglichkeiten der Rettung abschneiden könnte. In diesem Augenblick gingen Sie an mir vorüber, wie eine himmlische Erscheinung und mein Herz demütigte sich. Ich begriff, dass das Haus, in dem Sie wohnen, heilig ist, dass kein Wesen, das mit Ihnen durch die Bande des Blutes verbunden ist, meinem Fluche unterliegt. Ich verwarf jenen Gedanken an die Rache wie einen Wahnsinn. Tagelang irrte ich in der Nähe der Gärten von Bokowskoyer umher, in der Hoffnung, wenigstens aus der Ferne ihr weißes Kleid zu sehen. Bei Ihren unvorsichtigen Spaziergängen folgte ich Ihnen, von Gebüsch zu Gebüsch schleichend, glücklich in dem Gedanken, dass für Sie keine Gefahr ist, wo ich heimlich anwesend bin. Endlich bot sich mir eine Gelegenheit, ich kam in Ihr Haus. Diese drei Wochen waren für mich eine glückliche Zeit, die Erinnerung an Sie wird mein trauriges Leben erhellen. Heute erhielt ich eine Nachricht, die es mir unmöglich macht, hier noch länger zu bleiben. Ich scheide von Ihnen heute noch, sofort. Aber vorher musste ich Ihnen alles enthüllen, damit Sie mich nicht verdammen und nicht verachten. Gedenken Sie zuweilen Dubrowskis. Seien Sie versichert, dass er zu einer anderen Bestimmung geboren war, dass seine Seele Sie zu lieben verstand. Das niemals... In diesem Augenblick ertönte ein gelnder Pfiff. Dubrowski verstummte. Er ergriff ihre Hand und drückte sie an seine brennenden Lippen. Es ertönte ein neuer Pfiff. Leben Sie wohl, sagte Dubrowski. Man ruft mich. Jeder Augenblick kann mein Verderben bedeuten. Er eilte fort. Maria Kirilowna stand unbeweglich da. Dubrowski kehrte zurück und erfasste wieder ihre Hand. Wenn Sie einmal, sagte er mit zärtlicher und inniger Stimme, von einem Unglück betroffen werden und von niemand Hilfe oder Schutz erwarten können, versprechen Sie mir dann, sich an mich zu wenden und von mir alles zu verlangen, was Ihre Rettung erheischt? Versprechen Sie mir, meine Ergebenheit nicht zurückzuweisen. Maria Kirilowna weinte still in sich hinein. Der Pfiff ertönte zum dritten Mal. Sie richten mich zugrunde, rief Dubrowski. Ich lasse Sie nicht, ehe Sie mir geantwortet haben, ob Sie es mir versprechen oder nicht. Ich verspreche es, flüsterte die arme Schöne. Durch diese Zusammenkunft mit Dubrowski aufs tiefste erregt, ging Maria Kirilowna aus dem Garten. Es kam ihr vor, als ob auf dem Hofe viele Menschen stünden, vor der Tür eine Träuker wartete, alle Leute hin und her liefen und das ganze Haus in Bewegung wäre. Schon aus der Ferne hörte sie die Stimme Kirila Petrovic und beeilte sich, ins Haus zu kommen, da sie fürchtete, ihre Abwesenheit könnte bemerkt worden sein. Im Saal kam ihre Kirila Petrovic entgegen, die Gäste umringten den Ispravnik, den wir schon kennen und überschütteten ihn mit Fragen. Der Ispravnik hatte Reisekleidung an, war bis an die Zähne bewaffnet und beantwortete die Fragen mit geheimnisvoller und besorgter Miene. Wo bist du gewesen, Mascha? fragte Kirila Petrovic. Hast du Monsieur de Forche gesehen? Mascha konnte nur mit Mühe eine verneinende Antwort geben. Denk dir nur, fuhr Kirila Petrovic fort, der Ispravnik ist hergekommen, um ihn zu verhaften und versichert mir, dass er Dubrovski sei. Das Signalelement passt auf ihn, Exzellenz, sagte der Ispravnik ehrfurchtsvoll. Ach, Bruder, unterbrach ihn Kirila Petrovic, scher dich mit deinem Signalelement. Ich will dir meinen Franzosen nicht ausliefern, bevor ich die Sache selbst untersucht habe. Wie kann man nur diesem feigen, groben Anton Pavnutic auch nur ein Wort glauben? Es hat ihm geträumt, dass der Lehrer ihn berauben wollte. Warum hat er dann gleich am Morgen kein Wort davon gesagt? Der Franzose hat ihm solche Angst eingejagt, Exzellenz, antwortete der Ispravnik, und hat ihm den Eid abgenommen, dass er schweigen werde. Unsinn, entschied Kirila Petrovic. Ich werde ihn gleich überführen. Wo ist denn der Lehrer? fragte er einen eintretenden Diener. Man kann ihn nirgends finden, antwortete der Diener. So soll man ihn suchen, schrie Treuekur, auf dem jetzt Zweifel kamen. Zeig mir mal dein berühmtes Signalelement, warnte er sich an den Ispravnik, der ihm sofort das Papier reichte. Hm, hm, 23 Jahre und so weiter. Das stimmt alles, beweist aber noch nichts. Wo ist denn der Lehrer? Man kann ihn nirgends finden, lautete wieder die Antwort. Kirila Petrovic fing an, unruhig zu werden. Maria Kirilovna stand mehr tot als lebendig da. Du bist so blass, Mascha, sagte ihr der Vater. Man hat dich wohl erschreckt? Nein, Papachin, antwortete Mascha. Ich habe Kopfweh. Mascha, geh auf dein Zimmer und mache dir keine Sorgen. Mascha küsste ihm die Hand und ging schnell hinaus. In ihrem Zimmer sank sie aufs Bett und brach in ein hysterisches Schluchzen aus. Die Dienstmägde liefen zusammen, entkleideten sie und brachten sie endlich mit kaltem Wasser und allen möglichen Tropfen zur Besinnung. Man legte sie hin und sie schlief ein. Den Franzosen konnte man immer noch nicht finden. Kirila Petrovich ging im Zimmer auf und ab und pfiff mit drohender Miene den Marsch laut erdröhne Siegesjubel. Die Gäste tuschelten miteinander, der Ispravnik stand wie ein Nordar, den Franzosen fand man nicht. Offenbar hatte er sich aus dem Staube gemacht, nachdem er rechtzeitig gewarnt worden war. Aber wie und von wem, dies blieb unerklärlich. Die Uhr schlug elf, aber niemand dachte an den Schlaf. Kirila Petrovich sagte endlich böse zum Ispravnik. Nun, was gibt's? Du wirst doch nicht bis morgen früh hierbleiben. Mein Haus ist kein Gasthof. Du bist nicht geschickt genug, Bruder, um den Dubrovski zu fangen, wenn es überhaupt Dubrovski ist. Geh nach Hause und sei in Zukunft flinker. Es ist auch für euch Zeit, aufzubrechen, fuhr er fort sich an die Gäste wendend. Lasst anspannen, denn ich will schlafen. So ungnädig verabschiedete sich treue Kura von seinen Gästen. Ende von Kapitel 12 Kapitel 13 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Pushkin 13. Kapitel Es verging einige Zeit ohne besondere Ereignisse. Aber zu Anfang des nächsten Sommers gab es viele Veränderungen im Hause Kirilla Petrovitsch. Dreißig Verst von seinem Gute lag der reiche Besitz des Fürsten Vereiski. Der Fürst hatte sich lange Zeit im Auslande aufgehalten, sein Gut wurde von einem verabschiedeten Major verwaltet und zwischen Pokrovskoje und Arbatov bestand keinerlei Beziehungen. Ende Mai kehrte der Fürst aus dem Auslande in seine Heimat zurück und kam auf sein Gut, das er noch nie im Leben gesehen hatte. An die Zerstreuungen des großen Lebens gewöhnt, konnte er die Vereinsamung nicht ertragen und begab sie schon am dritten Tage nach seiner Ankunft zum Mittagessen zu Treue Kurov, mit dem er einst bekannt gewesen war. Der Fürst war gegen 50 Jahre alt, schien aber viel älter. Ausschwäfungen aller Art hatten seine Gesundheit erschüttert und ihm ihren unauslöslichen Stempel aufgedrückt. Er lechzte immer nach Zerstreuungen und empfand fortwährend Langeweile. Trotz alledem war sein Äußeres anziehend und interessant und der Gewohnheit an ständigen gesellschaftlichen Verkehr bedankte er eine gewisse Liebenswürdigkeit, besonders im Umgang mit Damen. Kirill Petrovich war über seinen Besuch sehr erfreut und faßte diesen als Zeichen der Hochachtung eines Menschen aus der großen Welt auf. Seiner Gewohnheit gemäß ließ er den Gast zuerst alle seine Wirtschaftseinrichtungen besichtigen und führte ihn in den Hundezwinger. Aber der Fürst erstickte schier in der Hundeatmosphäre und eilte hinaus, indem er sich sein parfümiertes Taschentuch vor die Nase hielt. Der alte Garten mit den ihm nicht. Er liebte englische Parks oder die sogenannte Natur. Aber er lobte alles und schien entzückt. Ein Diener meldete, dass das Essen aufgetragen sei. Sie gingen zu Tisch. Der Fürst, den der Spaziergang ermüdet hatte, hinkte und bereute schon seinen Besuch. Aber im Saal empfing ihn Maria Kirillowna und der alte Kurschneider war von ihrer Schönheit entzückt. Treue Kurow wies ihm den Platz an ihrer Seite an. Der Fürst wurde in ihrer Nähe lebhaft und lustig und fesselte einige Mal ihre Aufmerksamkeit durch seine interessanten Erzählungen. Nach dem Essen schlug Kirilla Petrovich vor, eine Spazierritt zu machen. Aber der Fürst entschuldigte sich unter dem Hinweis auf seine Samtstiefel und scherzte über sein Potagra. Er schlug eine Spazierfahrt in einer Liniendroschke vor, um sich von seiner lieblichen Nachbarin nicht trennen zu müssen. Die Liniendroschke wurde angespannt. Die beiden Alten und die Junge Schöne nahmen Platz und fuhren aus dem Hofe. Das Gespräch geriet für keinen Augenblick ins Stocken. Maria Kirillowna hörte mit Vergnügen die schmeichelhaften und lustigen Bemerkungen des Salonmenschen an. Plötzlich wandte sich Fürst Vereski an Kirilla Petrovich mit der Frage, was das für ein niedergebranntes Gebäude sei und ob es ihm gehöre. Kirilla Petrovich runzelte die Stirne. Die Erinnerungen, die das abgebrannte Gut in ihm erweckte, waren ihm unangenehm. Er antwortete, dass das Land jetzt ihm gehöre und früher Dubrovski gehört habe. Dubrovski wiederholte Vereski wie diesem berühmten Räuber? Seinem Vater, antwortete Troja Kurow, aber auch sein Vater Wo ist denn unser Rinaldo hingekommen? Hat man ihn ergriffen? Lebt er noch? Er lebt und ist in Freiheit. Solange wir lauter Verbrecher und Diebe zu Ispravniks haben, wird man ihn nicht fangen. Apropos Fürst, hat er nicht auch deinem Abartoro einen Besuch abgestattet? Ja, im vorigen Jahr hat er glaube ich etwas geplündert oder einen Brand gesteckt. Nicht wahr, Maria Kirillowna, es wäre doch recht interessant, eine nähere Bekanntschaft dieses romantischen Helden zu machen. Warum sollte das interessant sein, sagte Troje Kurow, sie ist mit ihm schon bekannt, er gab ihr ganze drei Wochen Musik Unterricht und hat dafür, Gott sei, keine Bezahlung genommen. Nun erzählte Kirilla Petrovich vom vermeintlichen französischen Lehrer. Maria Kirillowna saß wie auf Nadeln. Werreski hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, fand alles sehr sonderbar und brachte das Gespräch auf andere Dinge. Nach Pokowskoje zurückgekehrt, ließ er anspannen und fuhr, trotz der inständigen Bitten Kirilla Petrovichs, über Nacht dazubleiben, gleich nach dem Tee ab. Vorher hatte er aber Kirilla Petrovich gebeten, ihn mit Maria Kirillowna zu besuchen und der stolze Treue Korrer versprach es ihm, da er den Fürsten Werreski in Anbetracht des Fürstentitels, der Zwei Ordenssterne und des Erbguts mit 3000 leibeigenen Seelen gewissermaßen für seines gleichen hielt. Ende von Kapitel 13 Kapitel 14 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin 14. Kapitel Zwei Tage nach seinem Besuch begab sich Kirilla Petrovich mit der Tochter zum Fürsten Werreski. Als er sich Arbatovo näherte, konnte er die sauberen, lustigen Bauernhäuser und das steinerne, im Stile der englischen Schlösser erbaute Herrenhaus gar nicht genug bewundern. Vor dem Hause lag eine ovale, tiefgrüne Wiese, auf der Schweizer Kühe mit Glocken am Halse weideten. Ein ausgedehnter Park umgab das Haus von allen Seiten. Der Hausherr empfing die Gäste auf der Freitreppe und bot der jungen Schönen seinen Arm. Sie traten in einen prunkvollen Saal, wo der Tisch für drei Personen gedeckt war. Der Fürst führte seine Gäste zum Fenster, wo sich ihnen eine entzückende Aussicht bot. Die Wolga strömte an den Fenstern vorüber, auf ihr zogen beladene Barken mit geblähten Segeln und huschten Fischerboote vorbei, die man so bezeichnend Seelenverkäufer nennt. Hinter dem Flusse lagen Hügel und Felder, einige Dörfer belebten das Bild. Dann nahmen sie die Bildergalerie in Augenschein, die der Fürst im Auslande erworben hatte. Der Fürst erklärte Maria Kirillowna die verschiedenen Vorzüge und Mängel der Gemälde. Er sprach von ihnen nicht in der konventionellen Sprache eines pedantischen Kenners, sondern mit Gefühl und Fantasie. Maria Kirillowna hörte ihm mit Vergnügen zu. Nun begaben sie sich an die Tafel. Treue Kurow ließ den Weinen seines Gastgebers und der Kunst dessen Koches volle Gerechtigkeit widerfahren und Maria Kirillowna fühlte in der Unterhaltung mit diesem Manne, den sie zum zweiten Mal in ihrem Leben sah, nicht die geringste Gezwungenheit oder Befangenheit. Nach dem Essen führte der Hausherr seine Gäste in den Garten. Sie trangen Kaffee in einer Laube am Ufer eines großen Sees, auf dem viele Inseln lagen. Plötzlich ertönte Hornmusik und ein sechsrudriges Boot legte am Ufer unmittelbar vor der Laube an. Sie fuhren über den See an den Inseln vorbei und besichtigten einige derselben. Auf der einen fanden sie eine Marmor Statue, auf der anderen eine einsame Grotte, auf der dritten ein Denkmal mit einer geheimnisvollen Inschrift, die die Neugier des jungen Mädchens erweckte, welche jedoch durch die höflichen Andeutungen des Fürsten kaum befriedigt wurde. Die Zeit verging unbemerkt, der Abend dämmerte. Der Fürst beeilte sich, unter Hinweis auf die Kühle und den Tau, die Gäste ins Haus zu bringen, wo sie der Samovar erwartete. Der Fürst bat Maria Kirillowna, die Rolle der Hausfrau im Heime des alten Junggesellen zu übernehmen. Sie schenkte den Tee ein und lauschte den unerschöpflichen Erzählungen des liebenswürdigen Schwätzers. Plötzlich ertönte ein Knall und eine Rakete erleuchtete den nächtlichen Himmel. Der Fürst reichte Maria Kirillowna einen Schal und führte sie und Troje Korow auf den Balkon. Im Dunkeln vor dem Hause leuchteten bunte Flammen auf. Sie drehten sich im Kreise, stiegen als Gaben hinauf, sprudelten als Fontänen nieder, fielen als Regen von Sternen herab, erloschen und flammten und Troje Korow war mit ihm sehr zufrieden, da er Thule Francais des Fürsten als Zeichen der Hochachtung und des Bestrebens ihm gefällig zu sein auffaßte. Das Souper stand an Güte dem Mittagessen in keiner Beziehung nach. Die Gäste begaben sich in die für sie bestimmten Gemächer und verabschiedeten sich am nächsten Morgen vom liebenswürdigen Hausherrn, wobei sie einander Ende von Kapitel 14 Kapitel 15 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin 15. Kapitel Maria Kirillowna saß in ihrem Zimmer am offenen Fenster vor dem Stickrahmen. Sie brachte die verschiedenen Seiten nicht durcheinander wie die geliebte Konrads, welche in ihrer verliebten Zerstreutheit eine Rose mit grüner Seide stickte. Unter ihrer Nadel entstanden aus dem Kannewas getreu die Muster der Vorlage, obwohl ihre Gedanken nicht bei der Arbeit waren. Sie weilten in weiter Ferne. Plötzlich erschien im Fenster unhörbar eine Hand. Jemand legte auf den Stickrahmen einen Brief und verschwand, ehe Maria Kirillowna sich zu besinnen vermochte. Im gleichen Augenblick kam ein Diener und rief sie zu Kirilla Petrovic. Sie verbarg den Brief mit zitternden Händen in ihrem Brusttuch und eilte ins Kabinett zum Vater. Kirilla Petrovic war nicht allein. Bei ihm saß Fürst Vereski. Beim Erscheinen Maria Kirillowna erhob er sich und verbeugte sich mit einer ihm sonst nicht eigenen Verlegenheit. »Komm mal her, Mascha«, sagte Kirilla Petrovic. »Ich will dir eine Neuigkeit mitteilen, die dich hoffentlich freuen wird. Hier hast du einen Bräutigam. Der Fürst hält um deine Hand an.« Mascha erschrak. Totenblässe bedeckte ihr Gesicht. Sie schwieg. Der Fürst ging auf sie zu, nahm ihre Hand und fragte sie mit dem Ausdrucke von Rührung, ob sie bereit sei, sein Glück zu begründen. Mascha schwieg. »Sie ist einverstanden, natürlich ist sie einverstanden«, sagte Kirilla Petrovic. »Aber weißt du, Fürst, einem jungen Mädchen fällt es schwer, dieses Wort auszusprechen. Nun, Kinder, küsst euch und seid glücklich.« Mascha stand regungslos da, der alte Fürst küsste ihr die Hand und plötzlich liefen die Tränen über ihr blasses Gesicht. Der Fürst runzelte leicht die Stirne. »Hinaus, hinaus, hinaus«, sagte Kirilla Petrovic. »Geh, trockne deine Tränen und komme lustig zu uns zurück.« »Sie weinen alle bei der Verlobung«, fuhr er fort, sich an Veres gewendend. »Das ist bei Ihnen schon mal Sitte. Nun wollen wir von den Geschäften sprechen, Fürst, das heißt von der Mitgift.« Maria Krelowna machte von der Erlaubnis, sich entfernen zu dürfen, gerne Gebrauch. Sie lief in ihr Zimmer, schloss sich ein und ließ, indem sie sich schon als die Frau des alten Fürsten dachte, den tränenfreien Lauf. Plötzlich kam er ihr widerlich und verhasst vor. Die Ehe mit ihm erschreckte sie wie das Schafott, wie das Grab. »Nein, nein«, wiederholte sie voll Verzweiflung, »lieber gehe ich ins Kloster, lieber heirate ich Dubrovski.« Da fiel ihr der Brief ein, und sie nahm sich ihn vor, da sie ahnte, dass er von ihm sein müsse. Der Brief war tatsächlich von Dubrovski und enthielt bloß folgende Worte. »Abends um neun Uhr an derselben Stelle.« Der Mond leuchtete, die ländliche Nacht war still, ab und zu erhob sich ein Windchen und ein leises Rauschen lief durch den ganzen Garten. Die junge Schöne nahte wie ein leichter Schatten der verabredeten Stelle. Es war noch niemand zu sehen. Plötzlich trat hinter der Laube Dubrovski hervor. »Ich weiß alles«, sagte er ihr mit leiser und trauriger Stimme. »Erinnern Sie sich Ihres Versprechens?« »Sie bieten mir Ihren Schutz an«, entgegnete Mascha. »Seien Sie mir nicht böse, Ihr Vorschlag macht mir Angst. Auf welche Weise wollen Sie mir helfen?« »Ich könnte Sie von dem verhassten Menschen befreien.« »Um Gottes Willen rühren Sie ihn nicht an. Wagen Sie nicht, ihn anzurühren, wenn Sie mich lieben. Ich will nicht eine schreckliche Tat verschulden. Ich werde ihn nicht anrühren, Ihr Wille ist mir heilig. Ihnen verdankt er sein Leben. In Ihrem Namen soll kein Verbrechen begangen werden. Sie dürfen selbst von meinen Freveltaten nicht befleckt werden. Aber wie rette ich Sie vor Ihrem grausamen Vater?« »Ich habe noch eine Hoffnung. Ich will versuchen, ihn durch meine Tränen, durch meine Verzweiflung zu rühren. Er ist eigensinnig, aber er liebt mich so sehr. Machen Sie sich keine vergeblichen Hoffnungen. In Ihren Tränen wird er nur die gewöhnliche Furcht und Scheu sehen, die alle jungen Mädchen haben, wenn sie nicht aus Leidenschaft, sondern aus vernünftiger Berechnung heiraten sollen. Wenn er sich aber in den Kopf setzt, ihr Glück auch gegen ihren Willen zu begründen, wenn man sie mit Gewalt zur Trauung führt, um ihr Schicksal für immer in die Gewalt eines alten Mannes zu geben, dann, dann ist wohl nichts zu machen. Dann holen Sie mich, und ich werde die Ihre werden.« Dubowski erzitterte. Sein blasses Gesicht rötete sich und wurde gleich darauf noch blasser als zuvor. Lange, lange schwieg er gesenkten Hauptes. Nehmen Sie alle Kraft Ihrer Seele zusammen. Stehen Sie Ihren Vater an. Werfen Sie sich ihm zu Füßen. Schildern Sie ihm das ganze Grauen der Zukunft, Ihre Jugend, die an der Seite eines hinfälligen und lasterhaften Kreises welken soll. Sagen Sie ihm, dass der Reichtum Ihnen auch nicht einen einzigen glücklichen Augenblick darbieten wird. Luxus kann nur die Armut trösten. Und auch das nur eine kurze Zeit, solange er neu ist. Lassen Sie von ihm nicht ab. Fürchten Sie nicht seinen Zorn und seine Drohungen, solange Ihnen auch nur der Schatten einer Hoffnung bleibt. Um Gottes Willen, lassen Sie von ihm nicht ab. Und wenn kein anderes Mittel bleibt, so entschließen Sie sich zu einer grausamen Erklärung. Sagen Sie ihm, dass Sie, wenn er unerbittlich bleibt, einen, einen furchtbaren Beschützer finden. Dubowski bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Er schien, um Atem zu ringen. Mascha weinte. Mein Arm ist los, sagte er mit einem bitteren Seufzer. Für Sie hätte ich mein Leben hingegeben. Sie aus der Ferne zu sehen, Ihre Hand zu berühren, wäre mir die höchste Wonne. Aber jetzt, wo sich mir die Möglichkeit bietet, Sie an mein erregtes Herz zu drücken und Ihnen zu sagen, Mein Engel, lass uns sterben, muss ich Armer dieses Glück verschmähen, muss es mit aller Kraft von mir weisen. Ich wage es nicht, mich Ihnen zu Füßen zu werfen und dem Himmel für den unfassbaren, unverdienten Lohn zu danken. Oh, wie muss ich jenen Menschen hassen, aber ich fühle, dass in meinem Herzen jetzt kein Raum für den Hass ist. Er umschlang leise ihre schlanke Gestalt und zog sie sanft an sein Herz. Vertrauensvoll schmiegte sie ihren Kopf an die Schulter des jungen Räubers. Beide schwiegen. Die Minuten flogen dahin. Es ist Zeit, sagte endlich Mascha. Dubrovski erwachte gleichsam aus einem Traum. Er ergriff ihre Hand und steckte einen Ring an den Finger. Wenn Sie sich entschließen, meine Hilfe anzurufen, sagte er, so bringen Sie diesen Ring hierher und versenken Sie in die Höhlung dieser Eiche. Dann werde ich wissen, was ich zu tun habe. Dubrovski küsste ihr die Hand und verschwand zwischen den Bäumen. Ende von Kapitel 15 Kapitel 16 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin 16. Kapitel Die Verlobung des Fürsten Verejski war für die Nachbarn kein Geheimnis mehr. Kirilla Petrovic nahm Glückwünsche entgegen, alle Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier wurden schon getroffen. Mascha schob die entscheidende Aussprache von einem Tage zum anderen hinaus. Ihr Benehmen gegen den alten Bräutigam war kühl und gezwungen. Der Fürst machte sich darum keine Sorgen. Mit ihrer stillschweigenden Zustimmung zufrieden, bewarb er sich nicht um ihre Liebe. Aber die Tage vergingen. Mascha entschloss sich endlich zum Handeln und schrieb dem Fürsten Verejski einen Brief. Sie versuchte in seinem Herzen Großmut zu wecken. Sie gestand ihm aufrichtig, dass sie nicht die geringste Zuneigung zu ihm empfinde. Sie flehte ihn an, auf ihre Hand zu verzichten und sie vor der Willkür ihres Vaters zu schützen. Diesen Brief steckte sie dem Fürsten heimlich zu. Er las ihn zu Hause und ließ sich durch seine Braut keineswegs rühren. Im Gegenteil, er erblickte darin die Notwendigkeit, die Hochzeit zu beschleunigen und hielt es daher für richtig, den Brief seinen zukünftigen Schwiegervater zu zeigen. Kirilla Petrovich geriet in Wut. Der Fürst vermochte ihn nur mit Mühe zu bewegen, Mascha nichts davon merken zu lassen, dass er über den Brief unterrichtet sei. Kirilla Petrovich versprach ihm, mit ihr darüber nicht zu sprechen, entschloss sich aber, keine Zeit zu verlieren und die Hochzeit gleich am nächsten Tage zu feiern. Der Fürst fand dies sehr vernünftig. Er ging zu seiner Braut, sagte ihr, dass ihr Brief ihn sehr traurig gestimmt habe, dass er aber hoffe, mit der Zeit ihre Neigung zu erwerben, dass der Gedanke, auf sie zu verzichten, ihm viel zu schwer sei und dass er nicht die Kraft habe, sich selbst das Todesurteil zu sprechen. Darauf küßte er ihr ehrerbietig die Hand und entfernte sich, ohne ihr auch ein Wort vom Entschlüsse Kirilla Petrovich gesagt zu haben. Kaum war er aber fortgefahren, so trat ihr Vater in ihr Zimmer und befahl ihr ohne viele Worte, sich für den nächsten Tag bereit zu machen. Maria Kirillowna, die schon durch die Erklärung des Fürsten Verreski erregt war, brach in Tränen aus und warf sich ihrem Vater zu Füßen. Papa, schrie sie mit kläglicher Stimme, Papa, richten Sie mich nicht zugrunde. Ich liebe den Fürsten nicht und will auch nicht seine Frau werden. Was soll das heißen, sagte Kirilla Petrovich zornig. Bisher hast du geschwiegen und warst mit allem einverstanden. Und jetzt, wo alles beschlossen ist, fällt es dir plötzlich ein, Geschichten zu machen und dich zu weigern. Mach keine Dummheiten, damit erreichst du bei mir nichts. Richten Sie mich nicht zugrunde, wiederholte die arme Mascha. Warum verstoßen Sie mich? Warum geben Sie mich einem Manne, den ich nicht liebe? Sind Sie meiner überdrüssig geworden? Ich will wie bisher bei Ihnen bleiben. Sie werden sich ohne mich grämen, Papa. Und Sie werden noch trauriger sein bei dem Gedanken, dass ich unglücklich bin. Papa, zwingen Sie mich nicht. Ich will nicht heiraten. Kirilla Petrovich war gerührt, unterdrückte aber seine Erregung und stieß sie von sich mit den rauen Worten. Alles ist Unsinn, hörst du? Ich weiß besser als du, was zu deinem Glück gedient. Die Tränen werden dir nicht helfen. Übermorgen ist deine Hochzeit. Übermorgen, rief Mascha aus. Mein Gott! Nein, nein, das ist unmöglich, das darf nicht sein. Papa, hören Sie! Wenn Sie sich schon entschlossen haben, mich zugrunde zu richten, so werde ich einen Beschützer finden, an den Sie gar nicht denken. Sie werden sich entsetzen. Sie werden sehen, wozu Sie mich getrieben haben. Was? Was? sagte Treue Korow. Du drohst mir? Du drohst mir? Freches Mädel! Weißt du auch, was ich mit dir machen werde? Du wagst es mir, mit einem Beschützer zu drohen? Wir werden sehen, wer dieser Beschützer ist. Es ist Wladimir Dubrovski, antwortete Mascha in ihrer Verzweiflung. Kirilla Petrovich dachte, sie sei verrückt geworden und sah sie erstaunt an. Gut, sagte er ihr nach einigem Schweigen. Erwarte Schutz, von wem du willst. Einstweilen bleibst du aber in diesem Zimmer. Du wirst es bis zur Hochzeit nicht verlassen. Mit diesen Worten ging Kirilla Petrovich hinaus und verschloss hinter sich die Tür. Lange weinte das arme Mädchen, indem sie sich vorstellte, was sie erwartete. Aber die stürmische Aussprache erleichterte ihre Seele und sie konnte jetzt ruhiger über das Los und das, was sie zu tun hatte, nachdenken. Das Wichtigste war jetzt für sie, der verhassten Ehe zu entgehen. Das Los der Gattin eines Räubers erschien ihr als ein Paradies im Vergleich zu dem Schicksal, das sie erwartete. Sie sah den Ring an, den ihr Dubrovski zurückgelassen hatte. Sie hatte das sehnlichste Verlangen, ihn noch einmal unter vier Augen zu sehen und sich mit ihm vor dem entscheidenden Augenblick noch einmal lange zu beraten. Eine Ahnung sagte ihr, dass sie Dubrovski abends vor der Laube finden würde. Sie entschloss sich, ihn dort zu erwarten, sobald es dunkel werden würde. Der Abend brach an, sie wollte schon gehen, aber die Tür war verschlossen. Das Dienstmädchen sagte ihr hinter der Tür, dass Kirilla Petrovich verboten habe, sie herauszulassen. Sie saß im Arrest. Tief gekränkt setzte sie sich ans Fenster und saß bis in die späte Nacht hinein da, ohne sich auszukleiden, den Blick unbeweglich zum dunklen Himmel gerichtet. In der Morgendämmerung schlummerte sie ein, aber ihr seht, der Schlaf war von traurigen Traumbildern getrübt und die Strahlen der aufgehenden Sonne weckten sie. Ende von Kapitel 16 Kapitel 17 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin Siebzehntes Kapitel Sie erwachte und schon beim ersten Gedanken sah sie ihre verzweifelte Lage ein. Sie läutete. Ein Mädchen trat ins Zimmer und antwortete ihr auf die Frage, dass Kirilla Petrovich gestern Abend nach Sternchen Sternchen gefahren und erst spät zurückgekehrt sei, dass er den strengen Befehl gegeben habe, sie nicht aus dem Zimmer zu lassen und Acht zu geben, dass niemand mit ihr spreche, dass im Übrigen keinerlei Vorbereitungen für die Hochzeit getroffen seien, abgesehen davon, dass der Pope den Befehl bekommen habe, das Dorf unter keinen Umständen zu verlassen. Nach diesen Mitteilungen ließ das Mädchen Maria Kirillowna allein und verschloss wieder die Tür. Die Worte des Dienstmädchens erbitterten die junge Gefangene. Ihr Kopf schwindelte, ihr Blut siedete, sie entschloss sich Dubrovski über alles zu benachrichtigen und suchte nach einem Mittel, den Ring zur Eiche zu schicken. In diesem Augenblick flog ein Steinchen gegen ihr Fenster. Maria Kirillowna sah hinaus und erblickte den kleinen Sascha, der ihr zuwinkte. Sie kannte seine Anhänglichkeit und freute sich über ihn. Sie machte das Fenster auf. »Guten Tag, Sascha, was rufst du mich?« »Ich bin gekommen, Schwesterchen, um sie zu fragen, ob sie nicht etwas brauchen. Papa ist böse und hat dem ganzen Hause verboten, ihnen zu gehörchen. Aber befehlen Sie mir etwas, ich werde für Sie alles tun.« »Ich danke, mein lieber Sascha. Hör mal, kennst du die alte hohle Eiche bei der Laube?« »Gewiss, Schwesterchen. Wenn du mich also liebst, so laufe schnell hin und tu diesen Ring in die Höhlung, aber pass auf, dass dich niemand sieht.« Mit diesen Worten warf sie ihm den Ring hinaus und schloss das Fenster. Der Junge hob den Ring auf, lief so schnell wie er konnte und erreichte schon nach drei Minuten den Baum. Hier blieb er schwer atmend stehen, sah sich nach allen Seiten um und legte den Ring in die Höhlung. Nachdem er den Auftrag glücklich erledigt hatte, wollte er schon zurücklaufen, um es Maria Kirillowna mitzuteilen, als plötzlich ein rothaariger, halb zerlumpter Junge hinter der Laube auftauchte, zum Baume stürzte und die Hand in die Höhlung steckte. Schneller als ein Eichhörnchen stürzte sich Sascha auf ihn und umklammerte ihn mit beiden Händen. »Was suchst du hier?« fragte er ihn drohend. »Was geht es dich an?« antwortete der Junge, indem er sich bemühte, sich von ihm zu befreien. »Lass den Ring hier, roter«, schrie Sascha, »oder ich werde dich lehren.« Statt einer Antwort gab ihm jener einen Faustschlag ins Gesicht, aber Sascha ließ sie nicht los und schrie aus vollem Halse, »Diebe, Diebe, hierher, hierher!« Der Junge suchte sich von ihm zu befreien. Er war wohl um zwei Jahre älter und bedeutend stärker, aber Sascha war gewandter. Sie rangen einige Minuten, schließlich behielt der Rothaarige die Oberhand. Er warf Sascha zu Boden und packte ihn an der Kehle. Aber in diesem Augenblick krallte sich eine starke Hand in seine roten, struppigen Haare und der Gärtner Stepan hob ihn einen halben Arsch hin vom Boden. »Ach du, Rothaarige Bestie«, sagte der Gärtner, »wie wagst du es, unseren kleinen Herrn zu schlagen?« Sascha sprang auf und erholte sich. »Du hast mich unter den Armen gefasst«, sagte er, »sonst hättest du mich niemals umgeworfen. Gib gleich den Ring her und scher dich.« »Ja, Schnecken«, antwortete der Rothaarige. Er drehte sich schnell um und befreite seine Borsten aus der Hand Stepans. Er ergriff die Flucht, aber Sascha holte ihn ein und stieß ihn in den Rücken, sodass der Junge hinfiel. Der Gärtner packte ihn wieder und fesselte ihn mit seinem Gürtel. »Geb den Ring her«, schrie Sascha. »Wart her«, sagte Stepan, »wir wollen ihn zum Verwalter bringen. Der wird ihn schon bestrafen.« Der Gärtner führte den Gefangenen auf den Herrenhof, Sascha begleitete ihn und sah besorgt auf seine zerrissene und mit Gras beschmutzte Hose. Plötzlich standen sie alle drei vor Kirilla Petrovich, der gerade seine Stallungen besichtigen wollte. »Was ist das?«, fragte er Stepan. Stepan erzählte ihm in kurzen Worten den ganzen Vorfall. Kirilla Petrovich hörte ihn aufmerksam an. »Was hast du dich mit ihm eingelassen, du taugenichts?«, fragte er Sascha. »Er hat einen Ring aus der hohlen Eiche gestohlen, Papachen. Sagen Sie ihm, dass er ihn herausgibt.« »Was für einen Ring? Aus was für einer hohlen Eiche?« »Maria Kirillowna hat mir...«, »den Ring«, Sascha wurde verlegen und stockte. Kirilla Petrovich runzelte die Stirne und sagte kopfschüttelnd, »Maria Kirillowna ist also in die Sache verwickelt? Gesteh mir alles, sonst werde ich dir die Rute geben, dass dir Hören und Sehen vergeht.« »Bei Gott, Papachen!« »Ich!« »Papachen!« »Maria Kirillowna hat mir nichts befohlen, Papachen!« »Stepan!« »Geh, schneide mir eine gute, frische Birkenrute ab.« »Warten Sie, Papachen!« »Ich will Ihnen alles erzählen.« »Ich spielte heute auf dem Hofe, und Schwesterchen Maria Kirillowna öffnete das Fenster. Ich lief herbei, und sie ließ den Ring unabsichtlich fallen. Ich versteckte den Ring in die hohle Eiche, und...« »Und dieser rothaarige Junge wollte ihn stehlen.« »Sie ließ ihn unabsichtlich fallen?« »Du wolltest ihn verstecken?« »Stepan, geh, bring die Rute.« »Papachen!« »Warten Sie, ich werde alles erzählen.« »Schwesternchen Maria Kirillowna befahl, mir, zur Eiche zu laufen und den Ring in die Höhlung zu legen.« »Ich lief auch hin und steckte den Ring hinein, aber dieser böser Junge...« Kirilla Petrowitsch wandte sich an den bösen Jungen und fragte ihn streng, »Wem gehörst du?« »Ich bin Leibeigner des Herrn Dubrovski,« antwortete er. Kirilla Petrowitsch machte ein finsteres Gesicht. »Du erkennst mich wohl nicht als deinen Herrn an.« »Schön, und was hast du in meinem Garten gesucht?« »Ich habe Himbeeren gestohlen,« antwortete der Junge höchstgleichgültig. »Aha! Wie der Herr so der Knecht, wie der Pfarrer so der Sprengel. Wachsen aber Himbeeren an meinen Eichen? Hast du mal sowas gehört?« Der Junge antwortete nichts. »Papachen! Sagen Sie ihm, dass er den Ring zurückgeben soll,« sagte Sascha. »Schweig, Alexander!« antwortete Kirilla Petrowitsch. »Vergiß nicht, dass ich mit dir noch abrechnen will. Geh auf dein Zimmer.« »Und du scheinst mir gar nicht so dumm zu sein. Wenn du mir alles gestehst, so erlasse ich dir die Roten und schenke dir noch fünf Kopeken für Nüsse. Gib den Ring her und geh.« Der Junge öffnete die Faust und zeigte, dass er nichts darin hatte. »Sonst erlebst du bei mir etwas, was du gar nicht erwartest. Nun!« Der Junge antwortete kein Wort und stand mit gesenktem Kopf wie Blödsinnig da. »Schön«, sagte Kirilla Petrowitsch. »Sperrt ihn irgendwo ein und gebt acht, dass er nicht entwischt, sonst schinde ich euch allen die Haut vom Leibe.« Stepan führte den Jungen in den Taubenschlag, schloß ihn dort ein und stellte die alte Geflügelwärterin Agafja als Wächterin auf. »Es ist kein Zweifel, dass sie mit diesem verfluchten Dobrowski Beziehungen unterhält. Sollte sie wirklich seine Hilfe angerufen haben?«, dachte Kirilla Petrowitsch, während er im Zimmer auf und ab ging und wütend den Marschpfiff laut ertröhne Siegesjubel. »Vielleicht bin ich ihm auf die Spur gekommen. Vielleicht entwischt er uns nicht mehr. Wir wollen den Zufall benutzen.« »Aha, Schellengeläute! Gott sei Dank, es ist der Ispravnik. Bringt mir den gefangenen Jungen her.« Indessen fuhr der Wagen in den Hof und der uns schon bekannte Ispravnik trat staubbedeckt ins Zimmer. »Eine schöne Neuigkeit«, sagte Kirilla Petrowitsch. »Ich habe Dobrowski gefangen.« »Gott sei Dank, Exzellenz«, sagte der Ispravnik erfreut. »Wo ist er denn?« »Das heißt nicht, Dobrowski selbst, sondern einen aus seiner Bande. Man wird ihn gleich herbringen. Er wird uns helfen, den Räuberhauptmann selbst zu finden. Da ist er schon.« Der Ispravnik, der einen schrecklichen Räuber zu sehen erwartete, war erstaunt, als er einen schwächlichen dreizehnjährigen Jungen vor sich sah. Er blickte Kirilla Petrowitsch fragend an und wartete auf Aufklärungen. Kirilla Petrowitsch erzählte ihm alles, was sich am Morgen ereignet hatte, ohne jedoch Maria Kirillowna zu erwähnen. Der Ispravnik hörte ihn aufmerksam an, jeden Augenblick den kleinen Taugenichts ansehend, der sich blödsinnig stellte und alles, was um ihn hergeschah, ganz teilnahmslos hinzunehmen schien. »Gestatten Sie, Exzellenz, mit Ihnen unter vier Augen zu sprechen«, sagte endlich der Ispravnik. Kirilla Petrowitsch führte ihn ins Nebenzimmer und schloss sich mit ihm dort ein. Nach einer halben Stunde kamen sie wieder in den Saal, wo der Gefangene auf sein Urteil wartete. »Der Herr«, sagte ihm der Ispravnik, »wollte dich ins Zuchthaus sperren, knoten lassen und dann verschicken. Aber ich trat für dich ein und erwürgte für dich Gnade. Bindet ihn auf«, man befreite ihn von den Fesseln. »Bedanke dich bei dem Herrn«, sagte der Ispravnik. Der Junge ging auf Kirilla Petrowitsch zu und küsste ihm die Hand. »Geh nach Hause«, sagte ihm Kirilla Petrowitsch, »und stiel in Zukunft keine Himbeeren an hohlen Eichen.« Der Junge ging hinaus, hüpfte lustig die Treppe hinunter und lief so schnell er konnte übers Feld nach Kistenjowka. Beim Dorf angelangt, blieb er vor der halb zerfallenen Hütte ganz am Rande stehen und klopfte ans Fenster. Das Fenster wurde aufgemacht und darin erschien eine alte Frau. »Großmutter, gib mir Brot«, sagte der Junge, »ich habe seit heute früh nichts gegessen, ich sterbe vor Hunger.« »Ach, das bist du, Mitya, wo hast du dich herumgetrieben, du Taugenichts«, entgegnete die Alte. »Das erzähle ich später, Großmutter, gib mir Brot, um Gottes Willen.« »Komm doch in die Stube.« »Ich habe keine Zeit, Großmutter, ich muß noch wohin laufen.« »Gib Brot, um Christi Willen, Brot.« »Dieser unruhige Geist«, brummte die Alte, »hier hast du ein Stück Brot«, und sie reichte ihm ein Stück Schwarzbrot zum Fenster hinaus. Der Junge biß gierig hinein und ging kauend weiter. Es dämmerte schon. Mitya kam durch die Gemüsegärten und an den Riegen vorbei in den Wald von Kistenjowka. Als er bei den zwei Fichten war, die als Vorposten des Waldes dastanden, machte er Halt, sah sich nach allen Seiten um, pfiff kurz und gellend und begann zu lauschen. Ein langer, leiser Pfiff antwortete ihm, jemand kam aus dem Walde und ging auf ihn zu. Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin 18. Kapitel Kirilla Petrovich ging im Saale auf und ab und pfiff lauter als gewöhnlich seinen Marsch. Das ganze Haus war in Aufregung. Die Diener liefen hin und her, die Mägde hatten volle Hände zu tun, die Kutscher spannten im Stalle die Kutsche an. Auf dem Hofe drängte sich das Volk, Maria Kirillowna saß in ihrem Ankleidezimmer regungslos vor dem Spiegel, während eine Dame von mehreren Dienstmädchen umgeben sich schmückte. Ihr Kopf beugte sich unter der Last der Brillanten. Sie fuhr leicht zusammen, wenn eine unvorsichtige Hand sie mit einer Nadel stach, schwieg aber und blickte besinnungslos in den Spiegel. »Wird es bald?« ertönte hinter der Tür die Stimme Kirilla Petrovichs. »Sofort«, antwortete die Dame, »Maria Kirillowna, stehen Sie auf, schauen Sie in den Spiegel, ist es so gut?« Maria Kirillowna stand auf und sagte nichts. Die Tür ging auf. »Die Braut ist fertig«, sagte die Dame zu Kirilla Petrovich, »lassen Sie sie fahren.« »Mit Gott«, antwortete Kirilla Petrovich. Er nahm vom Tisch ein heiligen Bild. »Komm her zu mir, Mascha«, sagte er ihr gerührt, »ich segne dich.« Das arme junge Mädchen warf sich ihm zu Füßen und begann zu schluchzen. »Papachin, Papachin«, rief sie, fortwährend weinend, und ihre Stimme versagte. Kirilla Petrovich beeilte sich, ihr den Segen zu geben, man hob sie auf und trug sie fast zur Kutsche. Mit ihr setzte sich die Dame, die die Mutter vertrat, und eine der Mägde. Sie fuhren zur Kirche. Der Bräutigam wartete schon dort. Er ging seiner Braut entgegen und war bestürzt über ihr blasses und sonderbares Aussehen. Sie traten zusammen in die kalte und leere Kirche, man schloss hinter ihnen die Tür. Der Geistliche kam hinter dem Altar hervor und begann sofort mit der heiligen Handlung. Maria Kirillowna sah und hörte nichts. Sie dachte seit dem frühen Morgen nur an das eine. Sie wartete auf Dubrowski. Die Hoffnung auf ihn verließ sie für keinen Augenblick. Als aber der Geistliche sich an sie mit der üblichen Frage wandte, fuhr sie zusammen und wurde starr. Aber sie zögerte noch mit der Antwort. Sie wartete noch immer. Und der Priester sprach, ohne ihre Antwort abzuwarten, die entscheidenden Worte. Die Feier war beendet. Sie fühlte den kalten Kuss ihres verhaßten Gattes. Sie hörte die schmeichlerischen Glückwünsche der Anwesenden und konnte es noch immer nicht fassen, dass ihr Leben nun für immer in Fesseln gelegt sei, dass Dubrowski nicht herbeigeeilt sei, um sie zu befreien. Der Fürst wandte sich an sie mit freundlichen Worten. Sie hörte sie nicht. Sie traten aus der Kirche und vor dem Portal drängten sich die Bauern von Pokrovskoye. Ihr Blick schweifte schnell über die Leute hin und nahm wieder den starren Ausdruck an. Die Neuvermählten setzten sich in die Kutsche und fuhrten nach Sternchen-Sternchen, wohin Gerilla Petrovich schon vorausgeeilt war, um das junge Paar zu empfangen. Allein mit seiner jungen Frau geblieben, ließ sich der Fürst durch ihre Kühle keineswegs beirren. Er versuchte gar nicht, sie mit süßlichen Erklärungen und lächerlichen Ausrufen des Entzückens zu quälen. Seine Worte waren einfach und erheischten keine Antwort. So waren sie an die Zehnwerst gefahren, die Pferde liefen schnell über die unebene Straße und die Kutsche rüttelte fast gar nicht auf ihren englischen Sprungfedern. Plötzlich ertönten Schreie. Die Kutsche hielt und wurde im Nu von einer Schar bewaffneter umringt. Ein Mann mit einer Halbmaske vor dem Gesicht öffnete den Schlag an der Seite, wo die junge Frau saß, und sagte ihr, »Sie sind frei, steigen Sie aus!« »Was soll das heißen?« rief der Fürst. »Wer bist du?« »Das ist Dubrovski«, antwortete die Fürstin. Der Fürst zog, ohne die Geistesgegenwart zu verlieren, eine Reißepistole aus der Seitentasche und schoss auf den maskierten Räuber. Die Fürstin schrie auf und bedeckte entsetzt ihr Gesicht mit beiden Händen. Dubrovski war an der Schulter verwundet. Das Blut floss aus der Wunde. Der Fürst zog, ohne einen Augenblick zu verlieren, eine zweite Pistole. Aber man ließ ihm nicht die Zeit zu schießen. Der Schlag wurde aufgerissen, einige kräftige Hände zerrten ihn aus der Kutsche und entrissen ihm die Pistole. Mehrere Dolche blitzten über ihm auf. »Rührt ihn nicht an«, schrie Dubrovski, und seine finsteren Genossen traten zur Seite. »Sie sind frei«, fuhr Dubrovski fort, sich an die bleiche Fürstin wendend. »Nein«, entgegnete sie, »es ist zu spät. Ich bin ihm schon angetraut. Ich bin die Frau des Fürsten Wereski.« »Was sagen Sie?«, rief Dubrovski verzweifelt. »Nein, Sie sind nicht seine Frau. Man hat sie dazu gezwungen. Sie haben niemals darauf eingehen können.« »Ich habe mein Ja-Wort gegeben. Ich habe ihm die Treue geschworen«, entgegnete sie mit Festigkeit. »Der Fürst ist mein Gatte. Befehlen Sie, ihn freizugeben, und lassen Sie mich mit ihm allein. Ich habe Sie nicht betrogen. Ich habe bis zum letzten Augenblick auf Sie gewartet. Aber jetzt, ich sage es wieder, ist es zu spät. Lassen Sie uns.« Dubrovski aber hörte ihre Worte nicht mehr. Der Schmerz der Wunde und die heftige seelische Erschütterung beraubten ihn seiner Kräfte. Er sank neben dem Rad zu Boden, die Räuber umringten ihn. Er sagte ihnen einige Worte, sie hoben ihn in den Sattel, zwei von ihnen stützten ihn, ein dritter führte das Pferd am Zügel, und alle ritten zur Seite, die Kutsche, die gefesselten Diener und die ausgespannten Pferde mitten auf der Straße zurücklassen. Ohne ihnen etwas geraubt und ohne auch nur einen Tropfen Blut aus Rache für das Blut ihres Hauptmannes vergossen zu haben. Ende von Kapitel 18 Kapitel 19 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Dubrovski von Alexander Puschkin 19. Kapitel Mitten im alten Walde auf einer schmalen Lichtung erhob sich eine kleine Befestigung, die aus einem Erdwall und einem Graben bestand, hinter denen sich einige Zelte und Erdhütten befanden. Eine Menge von Männern, deren verschiedenartige Kleidung und Bewaffnung sie auf den ersten Blick als Räuber erkennen ließ, saßen ohne Mützen im Freien um einen Kessel herum und aßen. Auf dem Walle kauerte neben einem kleinen Geschütz mit untergeschlagenen Beinen ein Wachtposten. Er brachte eben einen neuen Flick an einem gewissen Kleidungsstück an und führte dabei die Nadel mit einer Gewandtheit, die einen geschickten Schneider verriet. Jeden Augenblick spähte er nach allen Richtungen aus. Obwohl der Becher schon einige Mal die Runde gemacht hatte, herrschte in dieser Schar ein seltsames Schweigen. Die Räuber hatten die Mahlzeit beendet, einer nach dem anderen standen sie auf und sprachen ein Gebet, sie zogen sich in die Zelte zurück, andere gingen in den Wald oder legten sich nach russischer Sitte schlafen. Der Wachtposten war mit seiner Arbeit fertig. Er schüttelte seine Lumpen, bewunderte den aufgesetzten Flick, steckte die Nadel in den Ärmel, setzte sich rittlings auf das Geschütz und stimmte aus vollem Halse das alte melancholische Lied an »Rausche nicht, du alter Eichenwald«. In diesem Augenblick ging die Tür eines der Zelte auf und eine sauber und sorgfältig gekleidete Alte mit weißer Haube erschien an der Schwelle. »Sei ruhig, Stjopka«, sagte sie zornig. »Der Herr schläft und du singst. Ihr habt weder Gefühl noch Gewissen im Leibe.« »Verzeih, Petrovna«, antwortete Stjopka. »Gut, ich werde nicht mehr singen. Soll unser Väterchen nur schlafen und bald gesund werden.« Die Alte ging, und Stjopka begann auf dem Walde auf und ab zu marschieren. In der Hütte, aus der die Alte getreten war, ruhte hinter einem Verschlag auf einem Feldbette der Verwundete Dubrowski. Auf dem Tischchen vor ihm lagen seine Pistolen, und der Säbel hing ihm zu Häupten. Die Erdhütte war mit wertvollen Teppichen ausgeschmückt, in einer Ecke stand ein großer Spiegel mit einer silbernen Toiletteinrichtung, die wohl für eine Dame bestimmt war. Dubrowski hielt in der Hand ein aufgeschlagenes Buch, aber seine Augen waren geschlossen. Und die Alte, die hinter dem Verschlag hereinblickte, wusste nicht, ob er schlafe oder nur in Gedanken versunken sei. Plötzlich fuhr Dubrowski zusammen. Draußen wurde Alarm geschlagen, und Stjopka steckte den Kopf zu ihm ins Fenster hinein. »Väterchen Wladimir Andreevich«, schrie er, »die Unsrigen haben ein Zeichen gegeben, man ist uns auf der Spur.« Dubrowski sprang aus dem Bett, griff nach seinen Waffen und Älter aus dem Zelt. Die Räuber drängten sich geräuschvoll auf dem Hofe, bei seinem Erscheinen trat tiefes Schweigen ein. »Seid ihr alle da?«, fragte Dubrowski. »Alle, außer den Spähern«, antwortete man ihm. »An eure Posten«, rief Dubrowski, und die Räuber nahmen ihre Plätze ein. In diesem Augenblick kamen drei Späher gelaufen. Dubrowski ging ihnen entgegen. »Was ist los?«, fragte er. »Soldaten sind im Walde«, antworteten sie. »Wir werden umzingelt.« Dubrowski ließ das Tor schließen und ging selbst das Geschütz untersuchen. Im Wald ertönten mehrere Stimmen, die immer näher kamen. Die Räuber warteten stumm. Plötzlich zeigten sich drei oder vier Soldaten, sie wichen sofort zurück und gaben ihren Kameraden durch Schüsse Zeichen. »Macht euch fertig zum Gefecht«, sagte Dubrowski. Unter den Räubern entstand laute Bewegung, und gleich darauf war alles wieder still. Nun hörte man die Schritte des anrückenden Militärs, Waffen blitzten zwischen den Bäumen auf, an die hundertfünfzig Soldaten liefen aus dem Walde hervor und stürmten mit Geschrei gegen den Wall. Dubrowski legte selbst die Lunde an. Der erste Schuss war gut. Die Kugel riss dem einen Soldaten den Kopf ab und verwundete zwei andere. Die Soldaten gerieten in Verwirrung, aber der Offizier stürmte vorwärts. Die Soldaten folgten ihm und sprangen in den Graben. Die Räuber schossen auf sie mit Flinten und Pistolen und begannen mit Beilen den Wall zu verteidigen, auf den die rasend gewordenen Soldaten, die schon zwanzig Verwundete im Graben zurückgelassen hatten, hinaufzuklettern versuchten. Es entstand ein Handgemenge. Die Soldaten waren schon auf dem Wall, und die Räuber begannen zu weichen, aber Dubrowski ging auf den Offizier zu, setzte ihm die Pistole an die Brust und drückte ab. Der Offizier fiel zu Boden, einige Soldaten hoben ihn auf und trugen ihn eilig in den Wald. Die übrigen hielten, als sie ohne Führer geblieben waren, in ihrem Sturme inne. Die ermutigten Räuber benutzten diesen Augenblick der Verwirrung, drängten die Soldaten zurück und warfen sie in den Graben. Die Belagerer ergriffen die Flucht, die Räuber setzten ihnen schreiend nach. Der Sieg war entschieden. Dubrowski hielt den Feind für geschlagen, rief die seinigen zurück, verschanzte sich in der Festung, verdoppelte die Wachen, ließ die Verwundeten auflesen und befahl allen, auf ihren Posten zu bleiben. Die letzten Vorfälle veranlassten die Regierung, ernsthafte Maßregeln gegen die frechen Raubzüge Dubrowskis zu ergreifen. Man stellte seinen Aufenthaltsort fest und schickte eine Kompanie Soldaten hin, um ihn lebend tot zu ergreifen. Man fing einige Mann aus seiner Bande und erfuhr von ihnen, dass Dubrowski sich nicht mehr unter ihnen befinde. Einige Tage nach dem letzten Zusammenstoß habe er alle seine Genossen um sich versammelt, ihnen erklärt, dass er sie für immer verlassen werde und ihnen den Rat gegeben, ihr Leben zu ändern. Ihr seid unter meiner Führung reich geworden. Ein jeder von euch hat einen Pass, mit dem er sich unbehelligt in ein entferntes Gouvernement begeben kann, um dort den Rest seines Lebens in ehrlicher Arbeit und Überfluss zu verbringen. Ihr seid aber Spitzbuben und werdet euer Handwerk wohl nicht aufgeben wollen. Nach dieser Rede habe er sie verlassen und nur Sternchen Sternchen mitgenommen. Niemand wisse, wohin er sich gewandt habe. Anfangs bezweifelte man die Richtigkeit dieser Aussagen, da man wusste, wie die Räuber ihrem Hauptmann ergeben waren. Man glaubte, dass sie sich um seine Sicherheit bemühten, aber die Zukunft gab ihnen recht. Die grausamen Überfälle, Brandstiftungen und Plünderungen hatten aufgehört. Die Landstraßen waren wieder sicher. Aus anderen Quellen erfuhr man, dass Dubrowski ins Ausland geflüchtet sei. Ende des Buches Dubrowski von Alexander Pushkin Übersetzt von Alexander Eliasberg 1. 3. 6. 8. 8. 9. 9. 9. 10.